Transport Fever 2! Train Fever habe ich sehr geliebt, habe ich ein bisschen Pause gemacht und hier sind wir. Gucken wir mal rein. Hallo zusammen, mein Name ist FitzFuchs und ich mag ja eigentlich so Spiele, nur ich habe aktuell auch mehr Bock auf Action, deswegen kann ich noch nicht sagen, wie mich das jetzt packen wird. Wir spielen einfach mal rein und dann gucke ich mal, die Kampagne soll eher seicht sein. Wir starten mal. Oh. Ich glaube zum Reinkommen ist das okay. Der Sprecher übrigens sehr bekannt. Sehr, sehr, sehr bekannt. Aber ich kenne den Namen natürlich nicht, wie von so vielen Synchronsprechern, aber der ist sehr bekannt. Amerika, mitten im 19. Jahrhundert. Im Territorium von Nevada, wo unlängst bloß eine Handvoll Büffel graste, Herst noch allerdings rege Betriebsamkeit. Jenseits der Sierra, nahe des Carson River, ist Gold gefunden worden. In rauen Mengen soll es vorhanden sein. Man braucht es nur auszubuddeln. Wer hart genug schuftet, wird reich belohnt werden. Welch glänzende Gelegenheit. Amerika, mitten im 19. Jahrhundert. Im Territorium von Nevada, wo unlängst bloß eine Handvoll Büffel graste, herrscht neuerdings rege Betriebsamkeit. Einmal reicht. Jenseits der Sierra, nahe des Carson River, ist der Sprecher, der Sprecher war bestimmt nicht billig. In rauen Mengen soll es vorhanden sein. Man braucht es nur auszubuddeln. Wer hart genug schuftet. Danke. Aber deswegen muss ich noch abspielen. Paralleluniversum und Zeitreisen, Schacht. Ne Hero, Jäger. Danke dir, aber ne. So, da kommt gleich ein Menü. Das seh' ich. Hebe ich so in der Luft. Da muss gleich ein Menü kommen, in dem ich drauf sitze. Ja, immer doch. Dann bist du hier goldrichtig. Ho, ho, ho. In Virginia City herrscht Goldgräberstimmung. Und du, Glückspilz, hast beim Pokern im Red Dog Saloon die Schürfrechte für einen vielversprechenden Claim gewonnen. Mhm. Schon bald wirst du Goldklumpen so groß wie Katzenköpfe zutage fördern. Dank Cleverness und Kartenglück nennst du eine Goldgrube dein eigen. Die vormalige Besitzerin, ein Saloon-Mädchen namens Susie, das offensichtlich sehr miserabel Poker spielt, hat bereits erste Vorarbeiten veranlasst und praktischerweise auch gleich die nötigen Gerätschaften dagelassen. Jetzt musst du die Mine bloß noch finden. Verschaffe dir einen Überblick und finde heraus, wo die Schätze schlummern. Erstmal gefall ich nicht, wo ich, gefall ich selbst nicht, wo ich sitze. Ja, vielleicht werden wir das gleich noch ein bisschen umbauen. Oh, ich muss aber jetzt erst die Kamera benutzen. Ah, das ist unsere kleine Map hier, um reinzukommen. Okay. Da unten ist Reno, da ist Virginia City. Da haben wir, glaube ich, schon mal so vorgegeben, wie wir hier Gleise legen sollen. Ich muss dazu sagen, ich finde das eigentlich ziemlich... Gut, dass die Karte jetzt so mickrig ist für Saturid ist vollkommen okay. Oder für die Kampagne. Ich finde es eigentlich ganz geil, dass wir hier so... Ja... Um den Bergtrumme rumbauen. Okay, und nun? Kamera neigen. Spüre den Eingang zum Stollen auf. Hier oder was? Welch vielversprechender... Ich finde es richtig gut. Noch wurden zwar erst ein paar Felsbrocken zutage gefördert, doch kein Grund zu verzagen. Da muss einfach noch tiefer geschürft werden. Damit der schöne Schacht nicht einstürzt, solltest du ein paar solide Holzbalken vom nahen Wald heranschaffen. Damit lässt sich der Stollen vortrefflich stabilisieren. Errichte eine Station, wo die Pferdekarren mit Baumstämmen bepackt werden können. Ich glaube, egal wo ich mich hinsetze, ich bin nicht so ganz glücklich. Schaut mal hier. Bauen sie eine Lkw-Station. Ich wollte doch Züge bauen. Lkw-Station bauen. Also hier. Gebäude. Jetzt jetzt schon die Gebäude drüber, ne? Vielleicht bastel ich mal wieder eine Linie oder so und setze mich da gleich drauf. Was gucken und überlegen wir uns was. Bushaltestelle, was ist das hier? Wo ist die AGB-Station? Okay, und wohin? Kann ich jetzt drehen? Kann ich was drehen? So, schon mal nicht. Hm. Hier kann ich was drehen. Über das gezeigt, erklärt. Einstellungen, Tramgleis, Plattform, Höhe, Länge. Muss doch irgendwie das drehen können. Okay, ich kann zumindest mal den Boden bauen. Das haben wir schon mal herausgefunden. Und hochbauen kann ich ja auch. Okay, das hilft mir aber nicht. Ähm. Das berechte Maus, das bringt mir nichts. Wie drehe ich was? Einstellungen. Steuerung. Bauoption. Bauoption. M und N. Was soll das denn sein? Also wenn ich hier jetzt sag da. Ah ja, okay. M und N ist es. Alles klar, muss man nur wissen. Weil ich find's hier irgendwie besser. Oder so nicht möglich. Okay, wir bauen's gleich doch hier drüben hin. Ach, ich soll's hier reinsetzen, oder was? Ne. Ne. Ne, wollen die mich trollen, oder was? Nur mal geht's markiert im Gebiet, möglich. Ja, welches markierte Gebiet? Ach, da hinten. Okay, also. Einsteigerfreundlich ist anders. Erkläre dem etwas begriffsstutzigen Kutscher, welchen Weg er nehmen soll. Okay, also eine Linie errichten. Wartet mal, die Steuerung ist ja irgendwie ganz komisch. Habe ich hier gerade gesehen. Viel besser. Okay. Ne, das Zoom soll man nicht invertieren. Das hier. Viel besser, viel besser. So. Also, eine Linie errichten. So. Der Linienmanager, eine neue Linie. Station hinzufügen. Wahrscheinlich die hier. Und wahrscheinlich hier oben. Nun muss noch ein kleines Fahrzeugdepot für die Pferdekarren her. Okay. Straßenfahrzeugdepot ist es das. Tramdepot? Umsichtlich. Alles ist bereit. Jetzt musst du nur noch einen Karren für den Holztransport auftreiben. Das ist eine Pferdekutsche. Amerikanisches Pferdefuhrwerk. Keine Ahnung. Ah, denn hier brauchen wir. Ein solides Gefährt. Der Transport kann beginnen. Ah, ich kann noch erweitern. Ne, das wollten wir nicht. Ich würde gerne in die Linie reingehen. Linie 1, genau. Fahrzeuge verwalten. Ein Fahrzeug ausgewählt. Ja, bitte. Passt auch. Das hat wohl nicht geklappt. So, Linie verwalten. Da sind keine Fahrzeuge drauf. So, alles mitnehmen soll. Ja, wo er halten soll. Der Fahrzeugmanager. So, ich muss noch dem sagen, gehe auf die Linie 1. Linie zuweisen. Ah ja. Die Menüs erschlagen wir ja auch gerade so ein bisschen. Okay, jetzt ist es glaube ich. Paltasten gehen nicht. Doch, gehen jetzt doch. Okay, das Spiel ist pausiert. Das wissen wir. Da kommt jetzt unsere Kutsche. Ah, sogar schön animiert. Kann mir auch zugucken. Sehr, sehr schön. Kann ich da auch direkt reinfahren irgendwie. Bei Zügen geht das glaube ich. So, jetzt ist hier automatisch Holz. Das wird hergeliefert vom Sägewerk hier. Genau. Dann nehmen wir das hier mit. Gut, da liegt jetzt kein Holz drauf. Sei es drum. Ja. Wir können wissen, ob ich da noch irgendwie reinspringen kann, dass ich dem direkt zusehen kann. Wisst ihr? Ich kann es anpinnen, dann verschwindet es nicht. Ich kann es umbenennen. Irgendwie geht das. Das ist wohl eine Transportkutsche? Ja. Ich weiß gar nicht, ob bei Train Fever damals, das habe ich gespielt, habe ich noch lange nicht gestreamt gehabt. Ob da auch Leute mit dabei waren, das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, so detailverliebt war es nicht. Wenn jetzt einer sagt, das sind ja Bäume aus den 90ern. Naja, eigentlich spielt man das Spiel ja eher von oben. Und so. Und dann passt das auch wieder. Wir machen mal schneller, dass der hier mal ankommt. Natürlich ist das Herzstück das freie Spiel hier, ist klar. Musik ist schön. Pass. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Vielleicht war deine Pokerpartnerin gerissener als du dachtest. Aller Mühsal zum Trotz fördert die Mine nur ein paar Brocken Silbererz zutage. Am besten du wirst sie los, bevor sie dich noch ruiniert. Erfreulicherweise stranden stets neue Grünschnäbel in Virginia City, denen du dieses vermaledeite Loch für gutes Geld verhökern kannst. So, die Silbermine bist du für eine passable Summe losgeworden. Zeit, dieses Geld in ein lukrativeres Unterfangen zu investieren. Oh, gut toll. Und da gibt es eine hervorragende Möglichkeit. Das ganze Erz aus der Mine muss zu den Silbermühlen unten am Fluss befördert werden. Eine Eisenbahn, die den Transport übernimmt, wäre ein vielversprechendes Unterfangen. Ah, yes. So, der Passagierbahnhof. Ein Güterkopfbahnhof. Und das ist ein Zugdepot. Nein, sogar der Güterkopfbahnhof. Man kennt ihn. Okay, dann müssen wir jetzt auch nochmal drehen hier. Moment. Wähle die Variante 120 Meter. Wie kann ich das so umstellen? Das Terrain ist tückisch. Das erfordert ein paar ganz krumme Kurven. Dann der billiger Güterbahnhof. Fahren wir jetzt noch Holz hin und her? Ja, offensichtlich. So, verbinde die offenen Gleise mit der Teufelschlucht. Okay, das gibt auch zugegeben eine B-Note. Die Gleise bauen sich erst auf. Das ist ja mal schlecht. Sorry, das ist ja wirklich schlecht. Ach Gott, also. Naja. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich einen Tunnel bauen, ne? Ja, ich, 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 ja, aber. Dann machen wir erstmal die Grünen. Ja, will ich doch, aber dann, nein. Dann lasst mich doch. Ich muss halten. Ah. Okay. Er könnte nach außen rum fahren, aber. Oh, eine Brücke müssen wir bauen. Aus Holz wäre irgendwie realistischer. Errichte eine Bahnlinie, die das ganze Erzflux ins Tal transportiert. Hm, hm, hm. Gut, dann bauen wir ja auch noch, äh, Moment. Also, wir haben uns eine, eine Linie erstellen jetzt. Ah, da kann ich den Bahnhof erweitern, das wollen wir nicht. Wir wollen eine Linie erstellen. Hm, 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 hm. Okay. Ähm, Linie, so. Also, ich würde mir hier, und hallo, Necrobob, schön, dass du reinschaust. Hast du mehr Ahnung von dem Spiel hier? Ich, ich habe zwar mal was gezockt, aber, Trendfieber vor Jahren. Aber ich bin hier gerade bei der Steuerung ein bisschen. Das Spiel lässt einen so ein bisschen alleine. Linienmanager, neue Linie. Linie 2. So, Linie 2 startet von hier. Nein, stopp, stopp, stopp. Virginia City. Und dann hier drüben. Perfekt. Das sollen wir da wahrscheinlich hinsetzen. Okay, wir werden ja wirklich an die Hand geführt. Eigentlich kann man ja nichts falsch machen, ne? So. Ich finde es ja auch ganz gut, dass man hier so ein bisschen... Wieder hier, ne? Zugdepot. Wir drehen es noch. Ich finde das schön. Wenn du Tipps hast, mal gut beim Tutorial. Wird es jetzt, glaube ich, nicht so schwierig. Hoffentlich. Jetzt müsste es nur noch angeschlossen werden. Nun endlich ist es an der Zeit, eine schöne Lokomotive samt ein paar Waggons zu erwerben. Aha. Aber ich würde sagen, hier ist nicht elektrisch, ne? Wir nehmen Dampf. Diesel. Doch, da Dampf, ne? Das erste Tödel habe ich, glaube ich, mal gemacht. Aber dann haben wir nie wieder eins gemacht. Ja, ich denke, es reicht auch, ne? Also, warte mal. Können wir noch die Wagen noch? Ah, die Wagen machen, glaube ich, danach, oder? Also, wir können, glaube ich, sagen, das hier hinzufügen. Und Cargo, ne? Wie viel nehmen wir denn da? Vier, oder? Am Schluss schafft ihr den Berg nicht. Ah, komm, wenn noch einer muss, ne? Den Satz brauche ich auch noch, aber den habe ich keinen gefunden, ne? Oder röre ich? Nee, 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 nee. Okay, haben wir noch einen. So. Damit ist das hier fertig. Kaufen für. Wir haben nicht genug Geld. Doch. Welch stattliche Stadt. Sie lassen uns nicht mehr. Zeit, es auf seine Jungfernfahrt zu schicken. Oh, jetzt gehen die... Manchmal gehen die Pfeiltasten nicht. Das ist irritierend für mich. So, warte mal. Jetzt müssen wir die Linie wieder nehmen. Linie 2. Müssen dem ein Fahrzeug hinzufügen. Das geht hier aber nicht, ne? Caps, sagst du? Ach so. Keine Caps. Ich füge gerade an meiner größten Map rum mit fast 2000 Fahrzeuge. Ach du Scheiße. Okay, das ist ein bisschen... So weit bin ich ja hier noch nicht. Also ich kann dir aber jetzt nicht sagen bei der Linie, dass ich da Fahrzeuge draufpacken will, ne? Nö. Ich kann bei den Fahrzeugen sagen, dass er auf... Linie 2, ne, geht nicht. Ich kann im Zugdepot sagen, das ist mein Zug. Und wir packen auf Linie 2. Okay, so rum geht's. Ach so. Wenn ich nicht Play drücke, kommt auch kein Zug. Wie kann ich denn einstellen, Necropop, dass ich dem Zug zusehen kann, weißt du? Dass ich quasi eine Kamera habe, die dem Zug folgt. Das geht doch bestimmt irgendwie. Okay, die F-Tassen sind es schon mal nicht. Anklicken und dann oben links auf das kleine Auge. Und dann oben links auf das kleine Auge. Da ist kein kleines Auge. Anklicken und dann oben links auf... Oder im Bild mit der Maus das Kamerasymbol klicken. Ah, da. Ah, wo ist das kleine Auge jetzt? Ich will das kleine Auge sehen. Bisschen trostlos hier. Die haben was von Büffel erzählt. Wo sind die Büffel? Die hier weiden. Es sind, glaube ich, Schweizer, die das machen. Diese Spielserie übrigens. So, der wird jetzt, glaube ich, automatisch rumgedreht, ne? Ja, ja, genau. Das ist okay. So, jetzt ist die Frage... Ah, einfach was drückt. Wie komme ich hier wieder raus? So. Ach, du meinst das als kleines Auge. Okay, das habe ich nicht als Auge gesehen. Das habe ich als... Als Marker gesehen auf der Karte. Ah, ganz cool, ja. Danke dir. Kann ich mich auch so ein bisschen rüber bewegen, ne? Gut, ich kriege jetzt halt... Wobei, das wird wahrscheinlich das Silbererz sein, ne? Ja. Aber ich sage mal, der Modus reicht eigentlich schon. Oh. Also, so kann man hier so ein bisschen zugucken. Jetzt bin ich mal gespannt. Sogar der Tunnel? Ach, verdammt. Huh. Ich wollte durch den Tunnel. Bonusaufgaben. Auf geht's. Weil das hat jetzt so ein bisschen was von Knight Rider, ne? Einfach nur die Kamera schneller gemacht. Also einfach nur die Spielgeschwindigkeit schneller. Also wir fahren nicht wirklich schneller, nur die Kamera, nur die Zeit ist schneller. Ich spiele immer mit einem Depot Zug, damit es nicht so einfach wird. Echt jetzt? Scheiße. In Carson City steigen mittlerweile allerlei feine Damen und Beherrschaften ab. Sorge dafür, dass sie sich auf den schlammigen Straßen nicht das gute Schuhwerk ruinieren. Bringe etwas über die Bedürfnisse deiner zukünftigen Passagiere in der Frau. In Carson City. Ah, hier oder was? Aktiviere die Layer für die Landnutzung. Ah, da oben. Deine Dienstleistungen werden in der ganzen Stadt gleichermaßen benötigt. Okay. Okay, okay, okay. Das heißt, hier ist Industrie. Gelb. Hier sind Wohngebäude. Und das Gewerbe. Also die typischen Sims City Farben. Oder City Skylines. Also haben sie sich ans selbe quasi gelassen. Okay, das heißt wir können hier eine Verbindungsstrecke machen, ne? Von da nach da nach da. In der ganzen Stadt. Baue eine Bushaltestelle in den markierten Gebieten. Genau. Okay, das machen wir doch. Die waren doch hier irgendwo, oder? Bushalt oder Tramstelle? Da. Zack. Achso. Das ist eine gute Frage. Wir machen erstmal nur eine. Also an der Endstation reicht eine. Jeweils. Sieh zu, dass deine Kutschen keine Haltestelle auslassen. Ja, hier könnten wir zwei hinsetzen, ja. Okay, darf ich sowieso nicht. Alles klar. Gut, also. Jetzt müssen wir eine Linie wieder bauen. Neue Linie. Ich weiß, ich benenne die jetzt in der Torhähne nicht irgendwie besonders. Das ist mir gerade egal. So, du nimmst das hier. Das wäre einmal im Kreis. Das ist Quatsch. Dann fährst du hier hin. Und dann hier drüben hin. Hallo? Errichte ein Depot, wo die Pferde angespannt und die Kutschen gewartet werden können. Das muss ich glaube ich bestimmt auch wieder irgendwo hinsetzen, wo sie es mir vorschreiben, oder? Oder darf ich das jetzt frei wählen? Sieht so aus, oder? Okay. Wo haben wir es denn? Straßenfahrzeugdepot. End. Okay, Fahrzeuge kaufen. Ein paar Kutsche samt Pferdekutsche. Hier. Passagier, da haben wir es ja. Weiß ich nicht. Ach so. Hier oben. Hier stehen müssen wir reichen. So, dann haben wir hier. Können wir die, die. Kann ich die alle auf einmal markieren? Auf die Linie 3. Gut, die kommen jetzt alle nacheinander, ne? Schiff plus linke Maustaste. Danke dir. Das ist gut zu wissen. Das ist sehr gut zu wissen. Deswegen machen wir so Spiele immer auch Spaß zu streamen, weil immer jemand kommt, der zusieht und hat noch den einen oder anderen Knipf. Ich sag nur bei A0800, die Regionen wechseln über das Nummernfeld. Dass ich das erst nach knapp 300 Stunden wusste. Ah, das ist schon irgendwo jemand? Ist das eine Tonne? Was ist denn das da? Mit Versäule oder was? Aber hier steht doch gar niemand. Das ist ein Kaugummi-Automat. Fake News! Fake News! Hm. Okay, kann ich jetzt noch was bauen? Ne, ne? Der Territorial Enterprise vermeldet, ein Untier treibt sein Unwesen in der Umgebung. Meine Ex? Meine Ex? Frage den Reporter, was es damit auf sich hat. Der Reporter, ein gewisser Mr. Clemens, hat dir seine Quelle offenbart. Ein alter Tagedieb namens Sam Hawkins. Er soll im Saloon in Virginia City zu finden sein. Kann sein, dass man ihm ein, zwei Gläser Schnaps spendieren muss, bevor er mit der Wahrheit rausrückt. Mhm. Der alte Cartwright und seine Söhne waren nicht eben begeistert von dem Besuch auf der Rosa Ranch. Cartwright. Also, die Ponderosa Ranch. Bonanza, ne? Und Mr. Cartwright mit seinen drei 40-jährigen Söhnen. Die Söhne auf der Westweide müssen repariert werden. Den ganzen Quatsch kenne ich noch. Auch wenn ich eigentlich zu jung dafür bin, aber ich kenne es. Hm, hm. Okay, nettes E-Sag. Zählt der Schatz im Silbersee? Vielleicht. Gut, jetzt die Dinge anklicken da. Naja. Der Territorial Enterprise vermeldet, der wilde Mann ist tot. Sein Leichnam wurde den Wassern des Lake Tahoe übergeben, wo er auf 200 Meter Tiefe sinken, bewegungslos in einen Eisblock eingeschlossen und aufgrund des hohen Drucks auf die Größe eines Kleinkinds schrumpfen wird. Nun ja, da lässt sich wohl nichts machen. Die Ponderosa Ranch. Okay, wir haben jetzt natürlich alle auf einmal losgeschickt, ne? Also wir müssen fünf Passagiere befördern. Vielleicht ist der Stau? Um? Hm. Wird sie schon einpendeln? Ja, es baut sich auch dynamisch immer auf, das Spiel. Die Städte erweitern sich und so. Und wir nehmen Einfluss drauf. Dementsprechend, wie wir bauen oder nicht. Da kommt wieder unser Zug. Ching. Das hat schon was hier. Weil ich glaube, ich hätte außen rum bauen sollen. Das wollten die Entwickler nicht. Die wollen das in Tunnel bauen, aber... Wäre auch stylisch gewesen. Weil wir haben ja unsere Brücke. Aber ich sag's nochmal, eine Holzbrücke wäre irgendwie cooler gewesen. Wildwestiger. Wildwestmäßiger, so. Wo vor kurzer Zeit nichts als ein ödes Provinznest war, gedeiht nun dank deiner Transportdienstleistungen ein prächtiges Städtchen. Im Volksmund nennen sie es gar das Wunder von Carson City. Immer mehr Menschen wollen hier ihr Glück versuchen. Daran sollte man die Leute nicht hindern. Steige ins Passagiergeschäft ein. Deine Fahrkarten werden heiß begehrt sein. Sorge dafür, dass der Rest der Welt endlich Anschluss an das boomende Städtchen von Carson City findet. Allahopp. Also wieder einen Bahnhof bauen. Wahrscheinlich einen sogenannten Kopfbahnhof, ne? Kopfbahnhof für Personenzüge. Modularer Bahnhof für Güter. Kannst die Suchstufen etwas abmeldern. Oh, das ist eine nette Idee. Also ich musste ja auch schon einstellen, dass die Steuerung invertiert. Das war, das ist ja in jedem Spielstandard außer hier. Warte mal, Shift hast du gesagt. Shift und die Maustaste. Ah, ein Traum. Ein Traum. Könnten wir länger machen, aber wozu, oder? Er lässt er mich nicht, ne? Ah, okay. Ah, ist ja gut. BASD geht manchmal nicht. Aber, äh, doch BASD geht, aber die Pfeiltasten sind jetzt tot. Wenn ich klicke, dann gehen sie wieder. Das ist sehr nervig. Weil ich bin gewohnt, die Pfeiltasten zu nehmen. Das ist das Haus abgerissen. Ups. Ups. So, warte mal. Du hast noch gesagt, in den Einstellungen. Steuerung, oder was? Mausempfindlichkeit, ne? Ne. Auf Zeiger zoomen. Musst du jetzt nicht zwingend sein? Der erweitert vielleicht. Nö. Mausrad ist für Zoom. Ah, okay. Ich dachte. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Mausrad macht Sinn, ne? Okay, wir gehen mal bei Empfindlichkeit auf 3 und testen das mal. Ja, ist ein bisschen angenehmer. Sonst war es so abgehackt halt, ne? Das gehen die Pfeiltasten schon wieder nicht, bis ich wieder geklickt habe. Dass man in den Pfeiltasten ist, ist blöd. Das bin ich gewohnt zu benutzen. So, ich muss jetzt wahrscheinlich in... Ich habe hier jetzt die Fläche, wo ich mich frei auslassen kann. Aber hier ist ja schon, ne? Hier ist schon der andere Bahnhof. Ja, dann legen wir jetzt Kerzen gerade in den Gleis dahin. Bums, zack. Aus die Maus. Okay. Die wollen wir jetzt nicht in den Gleis dahin einen Tunnel bauen. Oh, dieses Spiel. Okay, machen wir es halt spruchstückweise. Erwerbe eine Zugkomposition, die das Volk aus aller Welt nach Carsten City bringt. Ein neues Depot. Darf ich bauen, wohin ich will? Wie sieht es aus? Moment. Gebäude. Zugdepot. Uff, ja, wir können das... Ja, wir können das hier so hinbauen. Hallo, Herr Ginds. Schön, dass du reinschaust. Alles gut bei dir. Grund meines beschissenen Internets. Mache ich Singleplayer, gemütliches Singleplayer. Offline-Spiele. Ist das nicht toll? Ich habe wieder so Spaß gehabt anhand Showdown die Tage. Die Krümmung ist zu groß. Ach, kommt. Da muss man einfach mal die Kurve ein bisschen enger nehmen. Das darf man nicht so eng sehen. Die Krümmung ist zu groß. Okay. Aber ich glaube, das freie Spiel kickt mich mehr. Stimmt, stimmt. Du warst dabei. Du warst dabei. Neues Fahrzeug kaufen. Jetzt haben wir hier eine Dampflok, wie immer. Die Baldwin Six Wheels. Und dann haben wir Passagiere, der Personenwagen. Darf ich jetzt vier kaufen? Yo, 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 yo. Eine Linie. Da. Neue Linie. Von da. Äh. Carson City. Nach Reno. In Glenbrook gibt es Feuerholz, das die Dampfmaschinen in den Silberhütten so richtig schön zum Schnaufen bringt. Aber Vorsicht, dass dir nur die... Da bist du den Cartwright-Jungs gerade noch entwischt. Die Cartwright-Jungs. Jetzt so schnell wie möglich eine ordentliche Ladung Baumstämme ins Tal schaffen, bevor die Rancher wiederkommen. Mir ist übrigens eingefallen, woher ich die Synchronsprecher kenne. Ich will es eigentlich nicht sagen. Ich will es nicht sagen. Aber ich werde es wohl gleich. Okay, wartet mal. Also, wir müssen jetzt wieder in unser Depot hier rein. Da haben wir den Zug. Zug der Linie zuweisen. Linie 4. Es geht los. Alle Welt drängt darauf, mit deiner schönen Bahn zu kommen. So, und jetzt sollen wir hier oben von... Die sind doch schon lange tot. Haben die 1866 gelebt? Die Cartwrights auf der Ponderosa Ranch. Haben die da gelebt? Das ist übrigens Reno, nicht Reno. Egal. So, mehr Baumstämme liefern. Also, warte mal. Baumstämme liefern war, da brauchen wir eine LKW-Station. Die drehen wir mal geschickt. Shift haben wir jetzt gelernt. Wir machen es hier unten hin, oder? Nee, wir machen es hier hin. Noch besser. Wartet. Ich habe aber irgendwie Lust zu reiten hier bei der Musik. So, muss ich aber unten... Muss ich da auch noch eine hinpacken, oder? Oder wo wollen die das hinhaben? Oder wollen die das hier hinhaben? Kann ich die benutzen? Weiß ich noch nicht. Carsten City Güterbahnhof. Nö. Hä? Der Güterbahnhof ist doch hier. Wir gucken, ob das geht. So, wir machen eine neue Linie. Und da... Nachher da. Kannst du gehen. 1860 spielte Bonanza. Gut, dann... Dann ging das. Dann habe ich nichts gesagt. So, ich habe hier doch jetzt... Aber hier unten habe ich doch... Genau. So. Dann kaufen wir jetzt hier... Für Cargo. Amerikanisches Pferdefuhrwerk. Brauchen wir mal... Brauchen wir mal drei Stück, oder? Ach komm, vier mehr haben es doch. So, jetzt gehen wir... Jetzt tun wir den hier zuweisen auf die Linie 5. Jetzt warte ich ein bisschen. Da ist ja hier so ein bisschen... Künstliche Verzögerung drin ist. Ich schreibe hier immer so... Von links nach rechts auf Pferden. Ich habe hier noch dieses... Heroes of the Old West mir geholt. Könnte ich auch nochmal weiterspielen. In einem sehr frühen Alpha-Stadium. Und da wird, glaube ich, nicht viel weiterentwickelt. Aber das wusste ich schon, bevor ich es mir gekauft habe. Ein Wild-West-Spiel im Stil von Ark oder Cronen Exiles. Und da wäre es geil, wenn man da Züge bauen könnte. Wirklich Zugstrecken und einen Zug. Und von einer Stadt zur anderen fahren könnte. Ähnlich wie bei... Satisfactory zum Beispiel. So, der letzte noch. Mir ist ein Cowboy verloren gegangen, der reitert. Ich merke es schon. So, mehr Baumstimme liefern. Ich hoffe, das reicht hier unten. Aber die wollen, dass wir doch haben. Also... Ach nee, da hätte es hin... Scheiße, da hätte es hin gemusst, oder? Kann ich das noch ändern? Linie? Warte mal. Ach, das zählt hier doch, oder? Es ist doch eins hier. Du kannst schon sehr gut sein. Ich habe... Ich bin sehr groß. Ich bin 1,90. Groß. Und deswegen habe ich mich wahrscheinlich noch nie auf ein Pferd getraut. Ich habe als kleiner Junge bestimmt mal auf der Kirmes oder Kerwe mal auf dieser Ponyreitschule da gesessen. Wobei, das ist ja schon krasse Tierquälerei. Ich würde mir wünschen, dass die langsam mal abgeschafft werden. Weil diese kleinen Ponys reiten den ganzen Tag nur im Kreis und stehen da rum. Also, das ist schon... Ja, wenn man ein kleines Kind ist und ist da auf der Kirmes unterwegs, dann ist das was anderes. Dann sieht man das mit anderen Augen, aber... Wenn ich das jetzt zurückblickend betrachte, ist das schon krasse Tierquälerei. Ne? Auf jeden Fall gut ab nach unten hier. Mal gucken, ob das klappt. So, wir haben schon... Sehr gut. Oh, Freudenmädchen. Oh, oh, oh. Freudenmädchen. Oh, oh, oh. Da war ich ja enttäuscht, dass bei Red Light Redemption 2 man nicht mit einem Freudenmädchen mitgehen kann, obwohl das Spiel ab 18 ist. Und es ging nur mit einer Mod, die mittlerweile schon wieder verschwunden ist. Weil der Entwickler sich dagegen ausgesprochen hat. Da muss ich halt sagen, Leute, es ist ein Spiel ab 18... Hätte man ja sagen können, man klickt drauf oder man... Dann gehen die in das rein. Es wackelt ein bisschen die Wand, die kommt wieder raus. Also, wäre die Welt nicht untergegangen, aber... Naja. Haben sich leider dagegen entschieden. Bei Red Light Redemption 2. So, ähm... Ich wollte das hier eigentlich noch abschließen, aber... Ah, wir haben Pause, Modus. Deswegen bin ich nochmal zurückgekommen. Mache ja mal Speed hier. Wir wissen, ob das jetzt passt. Also, das müsst ihr doch hier, oder? Wo ist denn unsere Kutsche hier? Wo kommt die denn? Da! Oh, die Pferde gehen ab, ha? Wuhu! Können wir auch die Kamera... Oh ja. Ab geht's. Ja eben, du kannst da die Menschen auf die krasseste Art und Weise abknallen. Ne, Necrobob ist richtig. Seht ihr? Ich hab die Errungenschaft noch mitgenommen. Hier. Geht doch. Oh, abschliessen. Die Ponderosa Ranch. Huhu! Kann man Achievements nicht anpinnen im Steam-Profil? Weil die Ponderosa Ranch als Achievement... Das hat, glaube ich, nicht jeder, oder? Ja gut, dann sind wir mit der Mission hier ja durch. Das heißt, jetzt zurück zum Hauptmenü. Äh. Oh. Wie denn? Wenn... Ah. Die Insel Java. Ein tropisches Juwel inmitten des Indischen Ozeans. Java. Trinke ich schon mal eine Tasse hier, aber... ...tribische niederländische Bürokratie. Wir schreiben das Jahr 1870. Und die Kolonie befindet sich im Umbruch. Mhm. Neuerdings ist es Privatpersonen erlaubt, Ländereien zu pachten und Plantagen zu bewirtschaften. Das fruchtbare Land bietet ideale Bedingungen für den Export zahlreicher Kolonialwaren. Auf zu einem exotischen Erlebnis. So, jetzt lädt er und er erzählt den Text jetzt nochmal. Die Insel Java. Das ist doof. Ein tropisches Juwel inmitten des Indischen Ozeans. Ich sag euch auch gleich, woher ich den Sprecher kenne. Verwaltet durch akribische niederländische Bürokratie. Wir schreiben... Danke. Niederländisch Indien. Mhm. Krafik ganz schön. Gewiss das vortrefflichste Kolonialreich unter der Sonne. Voll mit köstlichen Früchten und wohlfeilen Arbeitskräften. Eher die wir ausbeuten können, ist das... Du stehst im Dienste der Kolonialverwaltung. In der Ingenieurskunst, hochbegabt, bist du berufen, das hiesige Transportwesen zu reformieren. Mhm. Komplettiere diese Aufgabe zur Zufriedenheit der Kronen. Natürlich. Dann bringt dir vielleicht gar der Gouverneursposten. Uh. Er wollte schon immer sein. Ist mein großer Traum. Viele wollen Astronaut werden, ich wollte Gouverneur werden. Transport ist eine sehr gefragte Dienstleistung auf diesem wenig zivilisierten Eiland. Das Baumwolle? Es ist bei Strafe verboten, Zugtiere wie Ochsen zu essen. Deshalb hatte ich die Kolonialverwaltung beauftragt, eine Eisenbahn zu bauen, auf das die Plantagenwirtschaft prosperiere. Der köstliche Kaffee soll aus dem fruchtbaren Hinterland zwecks Verarbeitung in dem Betrieb nahe der Stadt befördert werden. Wer weise und wohlfeil bauen will, vermeidet unnötige Steigungen. Nimm die erforderlichen Vermessungsarbeiten vor. Ich wollte hier jetzt nichts vermessen. Okay, also wir haben hier diverse Kaffee. Was ist das? Ah, hier gibt's. Soll das eine Kaffeeplantage sein? Soll das eine Kaffeeplantage sein? Offensichtlich. Hier sind aber auch ein paar Pferde. Bisschen Weizen. Aber hier gibt's offensichtlich Kaffee. Und die da drüben wandeln das dann um, ne? Genau. Da wandelt das in die Bohne. Okay, das heißt, wir sollen jetzt irgendwas vermessen, oder was? Errichte eine Strecke von der prosperierenden Plantage durch das tückische Terrain bis zur Verarbeitungsfabrik, wo die Kaffeefrüchte geschält werden. Darf ich erst noch einen Bahnhof bauen? Würde ich jetzt mal andenken, ne? Oh. So, wir haben jetzt eine Auswahl im... Oh, großer Passagierbahnhof. Ne, wir nehmen da wieder dieses, äh... Diesen Güterbahnhof, oder? Den Güterkopfbahnhof. Alles andere ist ja Perle vor die Säule. Und schon 120 Meter reicht, denke ich, auch locker für das bisschen. So, warte mal. Wir müssen mal Shift und dann die linke Maus das. So, dann drehen wir das. Muss mit einer Straße verbunden sein. Ja, Moment. Ich glaube, das war nicht besonders klug, oder? Ähm. Ich würde aus diesem Vermessungskram rausgehen sollen. Hm, jetzt sind wir hier nämlich ein bisschen tiefer. Oh, mein Gott. Dann ist das so. Aber hier Steine. Wer liegt mir denn da Steine in den Weg? Hm. Ähm, genau. Gleise. Ja gut, wir müssen halt gucken, dass wir nicht zu steil gehen, ne? Wenn ihr Party macht, schon. Dann dürft ihr. Aber wir sollen hier jetzt nicht zu steil gehen. Ist das, ist das, ist das schlecht? Nö. Sieht doch gut aus. Passt doch. Passt doch. Ein Depot tut not. Ist richtig. Ist absolut, äh, richtig. Hier müssen wir wahrscheinlich dann, wollen sie uns, so ein Umgehungsgleis, ne? Sehr wahrscheinlich. Ja, also auch hier wieder unser, unser schönes Zugdepot. Und ich kriege auch vorgeschrieben, wo ich das bauen soll. Oh, der Mann wieder so, sonst sagt er wieder, der Winkel ist zu steil. Oh, ich würde auch gerne mit der rechten Maus, dass der wegklicken. Achso, die Krümmung ist zu groß. Ja, eigentlich muss er ja zuerst, ja, ne, er muss erst abholen, er muss erst abholen. Erwerbe käuflich eine komplette Komposition, samt Lokomotive und Waggons. Eine Komposition. Also eine Lokomotive, wir haben was Besseres hier. Wir haben die D13 oder die ist schneller, hat mehr Leistung, sogar weniger Emissionen. Wiegt dafür ein bisschen mehr. Lebensdauer sieben Jahre. Okay, die Borsig wird's. Und dann kriegt das noch Cargo, ne? Gedeckter Güterwagen, offener Güterwagen. Wir transportieren. Ah. Ah, okay, ich muss bei Kaffee gedeckt haben. Okay. Dann, dann nimm doch mal hier noch hier. Eins, zwei, drei. Steht nicht irgendwann dabei, dass der das nicht mehr packt, wisst ihr? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich nehme mal fünf. Ah, okay. Wir nehmen mal vier. Nun können die Kaffeefrüchte aus den Plantagen auf den Weg zur Weiterverarbeitung verbracht werden. Moment, wir müssen erst sagen, hier nach da. Ich bitte darum. Kann ich die jetzt umbenennen? Kaffee. Nein, 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 nein. Lass sie mich umbenennen. So. Okay. Hat das Multiplayer eigentlich? Andere Frage. Ich glaube nicht, ne? Schade eigentlich, ne? Gibt es vielleicht eine Mod? Ich glaube nicht, ne? Hätte ich, glaube ich, schon irgendwie mitbekommen. Weil wenn man so eine große Karte hat, ich meine, die ist jetzt auch noch klein. Wenn man so eine riesengroße Karte hat, da kann man ja dann auch zu zweit. Hm. So, da kommt unser neuer Zug. Ihr schön ist anders, aber er reflektiert zumindest schön. Und er macht das Licht am Tag an. Ah, da sehe ich die Kreta schon wieder. How dare you? Da sehe ich sie schon wieder. Ich glaube, ich sehe mich eher so Anfang der 90er. Also Anfang der, das 19, nicht der 90er, des 19. Jahrhunderts. Oder das 20. Jahrhunderts, besser gesagt. Ähm, sehe ich mich und dann schöne Personenzüge oder so. Das Problem mit dem Sync sein. Ja gut, ich meine. Guck dir Anno 1800 an. Das geht mit 16 Leuten. Ja, es geht mit 16 Leuten im Multiplayer. Ich könnte mir vorstellen, das ist oft crasht. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich weiß es nicht. Aber es geht. Was muss denn da bitte sehr alles gesynkt werden? Mit allen DLCs. Ne? Also. Aber ich verstehe natürlich, Anno 1800 hat es mit Bluebyte und Ubisoft ein ganz andere Mittel, als jetzt hier ein Transportfieber. Von daher ist es okay. Aber ich sage nur, es wäre nice, wenn es sowas gäbe. So, wir machen hier mal. Was ist denn die, was für Bundesaufgaben? Wir haben keine. Okay. Okay, der hat das noch erweitert hier. Ah, wir sollen wahrscheinlich noch zwei Gleise gleich erweitern. Naja, was kommen wir als nächstes? Wetten wir? Wetten wir? Ich glaube, ich baue noch einen Zug, oder? Dürfen wir noch einen Zug bauen? Kaufen. Wieder der hier. Oh. Cargo. Dann halt nicht. Ich sage euch, wenn ihr mal am Wochenende nicht schlafen könnt, ich glaube, das läuft immer noch irgendwo. Aber nicht, guckt es online. Es gibt es auf YouTube und Co. Die schönsten Bahnstrecken Deutschlands. Es ist entspannt so. Ihr habt Bauchschmerzen. Euch geht es schlecht. Ihr könnt nicht schlafen. Sich das angucken. Ist total entspannt. Das ist mit den hiesigen Plantagenpächtern wahrlich wertvoller Dienste. Frisch vom Felde gelangen die Früchte Flux zur Fabrik. Von dort muss der köstliche Kaffee der Kolonie in die Kontore der Hafenstadt verbracht werden. Zum Zwecke des Exports. Das sollte man nicht den hiesigen Tagelöhnern überlassen. Zu gemächlich, zu ineffizient, zu unzuverlässig. Ja. Damit der vorzügliche Kaffee unbeschadet. in die Stadt gelangt, erfordert dies eigens errichtete Stationen, die sich notfalls auch vor plündernden Horden bewachen lassen. Wir ziehen ja ein paar Orks durch die Gegend. Oder was? Ja, aber Fahrzeuge doch. Hier. Wir bauen eine LKW-Station ist es dann. Das ist so grisig hier. Haben wir doch. Noch wo? Ah, da. Oh, da würden wir jetzt abreisen hier. Gut, dann ist das so. Für den Fortschritt muss auch manchmal was getan werden. Würde gerne nur ein Gebäude abreißen. Es ist so weit. Der beförderlichen Beförderung in die hiesige Hafenstadt steht nichts mehr im Wege. Der beförderlichen Beförderung. Ach, woher ist der Sprecher? Sorry, ich habe es schon wieder vergessen. Googelt mal später. Ihr findet das. In einer... Ne, ich sage mal noch nichts. Es gibt dazu ein Lied. Was aber viel später erst kam. Das ist Quatsch. Und es gibt dazu das Ganze. Ich verrate nicht was. In einer kurzen Version. Und in einer längeren Version. Wenn man das googelt, findet man das. So, und jetzt was müsst ihr googeln? Die mit dem roten Halsband. Mehr sage ich dazu nicht. Daher kenne ich den Sprecher. Jemandiger Arbeitskollege hat mich mal darauf hingewiesen. Dass es da so sowas früher mal gab. So. Ähm. Wir brauchen LKWs. Jo. Lieferung vorbereiten. Ähm. Eine Linie. Neue Linie. Stadt Kaffee. Können Sie doch mal mit zwei E schreiben, oder? Das ist ja mal eine Idee. Oh. So. Dann brauchen wir natürlich wieder eine Station. Oh. Wo die rauskommen können. Hier. Gebäude. Ein Tramdepot ist falsch. Ein Straßen. Yes. Genau. So. Wir tun Fahrzeuge kaufen. Wir müssen damit ja Kaffee transportieren können. Kapazität 5 und es ist schneller. Ach so europäischer Planwagen, europäischer Britzenwagen. Kein Unterschied, oder? Äh. Immer ne Planwagen. Die Fabrik findet sich nun in der erbaulichen Lage, verarbeiteten Kaffee in die Stadt schicken zu können. Damit sie ein erklägliches Wachstum erfährt, müssen ihre Erzeugnisse eine kaufkräftige Klientel erreichen. Mhm. Ich mach mal noch einen weiteren drauf, aber ich will erst warten, bis der weg ist. Oh weh. Dein kompetenter Lokomotivführer Lukas scheint wie vom Erdboden verschluckt. Oder von was, oder wem auch immer. Lukas. Ersatz tut Not. Ob jemand der Eingeborenen dieser diffizilen Aufgabe gewachsen ist. Also wer hat denn die Card Rides mit der Bonanza Range? Ponderosa Range besser gesagt, ja? Aus Bonanza. Jetzt haben wir Lukas, den Lokomotivführer. Das Spiel ist voller Klischees. Ersatz. Muss jetzt jemanden anklicken, oder wie? Ich würde halt gerne noch einen hier zuweisen, aber... Ja, komm. Zustimmen. Ja, ja, klar. Das ist ein Scherz. Errichte im markierten Gebiet eine Teststrecke. Um den Berg hier, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Das ist... Das meinen die ernst? Das meinen die wirklich ernst? Eine Teststrecke mit zwei kleinen Bahnhöfen in einem Depot. What the fuck? Dann nehmen wir auch wieder zwei billige Bahnhöfe, also... Was ist günstigst du eigentlich? Passagierkorbonhof oder Güter? Güter ist billiger. Und so klein, wie es nur geht. Und so klein, wie es nur geht. Wir müssen in dem Fall nicht. Wir müssen in dem Fall nicht. Also, warum muss ich denn jetzt das hier... Warum will das Tutorial oder die Kampagne, besser gesagt? Wenn viele Passagiere nicht sofort verschreckt werden, muss das korrekte Führen des Fahrzeugs erst einmal praktiziert werden. Ja, ja, aber... Derweil erreicht dich die schwerverdauliche Kunde, dass deine Fachkraft einem blutrünstigen Kannibalenstamm zum Opfer gefallen sein soll. Was? Eine Lok fahren lassen, 1500 Meter. Also sollen wir hier... Oh, nur eine Lok kaufen, oder wie? Teststrecke. Okay. Ah, die sollte ich vielleicht auch noch festlegen, die Teststrecke, oder? Wäre eine Idee. So. Jetzt nehmen wir hier unseren Zug. Jetzt noch die Teststrecke. Okay. Erzählt schon jeder Meter, den er fährt. Also ich meine, er hätte jetzt noch nie zwei Bahnhöfe gebaut, die miteinander verbunden, aber sei es drum. Lieferant oder nix, oder? Habe ich die falschen Kutschen gebaut, oder was? Nö. Liegt hier am Radius. Was hast du dabei? Null von fünf Zucker. Ja, ne, will ich doch nicht. Warte mal, habe ich die falschen Kutschen gebaut? Moment. Nö, die können auch... Schön, 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 dass du reinschaffst. Wieder, wenn du wieder reinschaffst. Nö. Die hast du nicht verpasst, aber... Warum transportieren die nix? Ach, weil jetzt kein Zug mehr fährt, oder was? Ach, weil in Story-mäßig der... Nö, der fährt doch. Hat der was dabei? Er hat doch Kaffee dabei. Hier ist doch. Ich hatte jetzt eins von fünf dabei. Frohe Kunde. Der Lokomotivführer ist heil zurückgekehrt. Während du ihn in den Mägen von Wilden wähntest, hat er sich indes unverblümt im Urwald vergnügt. Solcherlei Verfehlungen kannst du natürlich nicht dulden und musst den guten Mann leider entlassen. Mhm. Wir haben jetzt mehr, die haben vier von fünf dabei, okay. Spritpreis, ja, der Spritpreis ist hart. Allerdings wäre sie sehr wohl in der Lage, weit mehr, ja, geradezu kolossale Kapazitäten an Kaffee zu verarbeiten. Du solltest erwägen, das Transportvolumen zu vergrößern. Denn Kaffee aus der Kolonie ist in den Salons des Kontinents eine überausgefragte Ware. Ein Zug reicht nicht aus, um die Fabrik angemessen mit Kaffeefrüchten zu versorgen. Damit ein zweiter Zug die Strecke befahren kann, ist eine Ausweiche von nöten. War ja schon angedeutet, ne? Ne, es wird auch nicht besser. Das ist ja, wenn ihr schon mal so ein bisschen mitkriegt, und die Politiker, es ist ja Wahl im Oktober, die Politiker greifen das Thema ja jetzt schon auf, ne? Und quasi alle sagen so, ja, egal mit wem, der Sprit wird teurer. Signale setzen, blaue und grüne Zone. What? Hat er. Und jetzt? Ist egal, wie rum. Zur absoluten Auslastung der Anlage bedarf es einer weiteren Komposition. Sagt doch Zug. Komposition, denke ich, immer gleich. Es kommt der Beethoven um die Ecke, der und komponiert mir was. Also, wir nehmen wieder hier unseren geilen Zug. Wir dürfen, glaube ich, vier oder so, ne? Haben sie uns erlaubt. Cargo. Komposition. Ja, hier geht's. Das triggert dich, ja? So, wo fährt der gerade lang? Okay. Zug Nummer drei. Auf die Kaffeestrecke. Die andere wird schwer. Mit Kaffee. Ich kriege einen Kaffee. Allerlei Volk aus allen Winkeln der Insel möchte hier gewinnbringende Geschäfte tätigen. Deshalb hatte ich die Kolonialverwaltung beauftragt, eine Passagierlinie von Semarang nach Surabaya einzurichten. Zeit, eine Strecke zu errichten, die bald schon die wichtigsten Handelsknotenpunkte in Jawas Osten verbinden wird. Ich meine, klar, die wollten uns jetzt nahe bringen, dass wir einen Ausweich bauen und wenigen Signalen. Alles cool. Aber ich hätte lieber eine zweite Strecke, einen zweiten Slice nebendran geklatscht. Dann wäre das nochmal schneller gewesen. Wobei ich natürlich auch die Wirtschaftlichkeit sehe, ne? Also. Ah. Passt schon irgendwie. Okay, wir sollen was an der Strecke machen nach Sumarang und Surabaya oder was? Nee, Samarang. Nee, Semarang. Ach du Scheiße. Okay. Ich hab schon so... Ist egal, wie wir die... Sorry. Ist egal, wie wir die bauen, ne? Weil ich... Ich hätte Bock auf so eine Küstenstrecke. So schön an der Küste entlang. Wir müssen auch noch irgendwas mit dem Zucker machen, sonst wäre das nicht da. Wir könnten ja auch kreuz und quer fahren, aber nee, ich möchte, ich möchte. Ich hab irgendwie Bock auf sowas. Okay, also. Wir bauen jetzt die Städte mit Zuglinie verbinden. Wir bauen jetzt einen richtig schönen, geilen Bahnhof. Naja, so gut es halt geht. Den Passagierbahnhof. Nicht den Kopf... Na, der Kopfbahnhof geht eigentlich immer, weil... Naja. Aber nein, wir bauen den jetzt hier. Guck mal, als wäre es schon so gedacht für uns. Achso. Äh, ja, hm. Ja, hm. Ja, gut, dann kann ich auch den Kopfbahnhof nehmen, ne? Weil wenn ich jetzt sage, ich baue das Ganze... Wir brauchen eigentlich nur den Kopfbahnhof. Warum? Weil wir ja nicht vor haben, weiterzufahren. Wo wollen wir denn noch hin? Auf die Insel hier? Hier ist ja nichts. Ja, aber dann reicht der Kopfbahnhof. Ja, okay. Na gut, na gut. Dann drehen wir noch ein bisschen hier. Dann drehen wir noch ein bisschen. Wir sind nicht ganz am Wasser, aber ein bisschen in der Nähe. So, mal gucken, wo wir den Bahnhof ja hier hin. Oder hier hin. In die blühende Stadt kommt. Aber nehme ich gleich alle gut angebunden. Die Bahn ist vollendet, die Neugierde groß. Nun wird sich zeigen, ob der Passagierverkehr tatsächlich ein lohnendes Unterfangen ist. Mysteriöse Monumente haben wir eine Bundesaufgabe. Das dachte ich mir, ne? Ein Formida. Errichte eine repräsentative Residenz, die auf dem ganzen Eiland ihresgleichen sucht. Das dachte ich mir, ne? Das dachte ich mir, ne? So. Kann sich das aussuchen, wo er dann fährt. Wir brauchen erstmal hier eine Transportstrecke. So. Eine neue Strecke. Das wird eine neue Linie. Die neue Linie heißt... Ich weiß nicht, die Käfer hier nochmal, kriege ich nicht mehr angezeigt. Abbruch. Ähm. Surabaya. Surabaya. Nach. Jetzt das andere irgendwas mit Sim. Simmerang. Okay. Okay, okay. Willst du auch das Depot nehmen können. Das erste Depot. Hätte ich aber die Gleise verbinden müssen, ne? Aber ja. Du hast natürlich recht. So. Wir brauchen hier ein Fahrzeug. Und zwar ein Lok. Wir haben nur Dampf. Wir nehmen die bessere, dass die Party abgeht. Und wir nehmen Passagierwaggons. Es geht in 5. Es geht in 5. Wir packen dich gleich auf unsere Strecke hier. Hat er nicht gemacht? Doch, hat er. Ich habe den falsch gekauft, kann das sein? Nö. Warum fährt er nicht los? Hallo? Wo hängt es? Bau ein Hauptquartier. Wie denn? Aber warum fährt der Zug nicht los? Da bin ich nur so Hype Train. Wie baue ich denn ein Hauptquartier? Ja, Linie habe ich zugewiesen eigentlich. Dachte ich. Ach ja, aber ich habe die Linie nicht gezogen. Ich Idiot. Die Linie hat keine Bahnhöfe. Das ist ja dann klar. Okay. Jetzt ist da einer drin. Bauen sie ein Hauptquartier. So, wartet mal. Wie denn? Hier? Nö. Ja, vielleicht. Wie baue ich denn ein Hauptquartier? Vor allem wo? Was steht denn? Errichten ihre Repräsentation, indem sie auf das ganze... Ja, wie? Wie? Wo? Wo? Wie? Wo? 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 Entweder bin ich total blind. Klicke mal aufs Geld. Ah, da unten. Ja, wo denn? Aha. Das ist egal, wo ich das hinsetze, oder? Oder bringt das irgendwie Boni der Stadt, oder so? Wisst ihr? Macht das irgendwie Vor- oder Nachteil, wo ich das hinsetze? Nicht ins Wasser? Ja, das ist klar. Das darf ich ja nicht. Ich setze es hier auf die Insel. Die Unterwasserbasis. Ja, da hast du was getriggert, Higgins. Äh, da hast du was getriggert, Higgins. Äh, XCOM, Terror from the Deep. Ich hab' mir ja Dings geholt. Ich hab' mir ja Dings geholt. Ähm, das wollte ich eigentlich auch im Stream spielen, hab's dann wieder abgebrochen, weil ich gesehen hab, es kommen noch DLCs und ich dachte, ich hätte schon alle. Äh, Phoenix Point, was ja auch so eine Art XCOM ist. Von dem ursprünglichen Entwickler. Und ich baue es jetzt hier hin. Aber da kann man, glaube ich, auch keine Unterwasserbasen bauen. Das geht, glaube ich, nicht. Aber wir bauen die es jetzt hier hin. Ein wahrlich attraktives Anwesen. Doch trübt die Freude eine veritable Plage. Schlangen haben das Gebäude okkupiert. Man munkelt eine weise alte Wisse, wie du dich der Schlangenplage in deinem Gemäuer entledigen kannst. Sie soll in Surabaya zu finden sein. Schon angeklickt. Die Alte meint, sie wisse nichts. Doch du solltest es bei ihrem Vetter in Semarang versuchen, der sich auf die Kunst des Schlangenbeschwörungs versteht. Wo ist der Vetter in Wirtschaft hier? Der Schlangenbeschwörert hat Kunt, du hättest wohl bei deinen Projekten die mächtige Schlangengöttin erzürnt. Da könne nur die Schlangenpriesterin vom Mount Merapi Abhilfe schaffen. Der Mount Merapi. Der Mount Merapi. Wer kennt ihn nicht? Ich hab den Tempel doch. Ich hab ein bisschen angeklickt. War zu schnell, ich hab ein Spiel kaputt gemacht. Vor allem, wir sollen 25... Achso, ich muss einen richtigen finden. Das war nicht Mount Merapi. Die Priesterin hat gesprochen. Nur wenn du der großen Schlangengöttin ein Opfer darbringst, wird sie ihre Kinder zurückrufen. Mit Kaffee. Kaffee, so hat die Priesterin prophezeit, vermöge die Gottheit gewiss milde zu stimmen. Mhm. Okay. Ähm. Frage an den Chat. Gibt es Spiele, wo ich eine Unterwasserbasis bauen kann? Außer X kommt der Rod from the Deep, was man nicht mal spielen kann, weil man Augenkrebs bekommt, weil es ein MS-DOS-Spiel war. Generell so Unterwassersenarien oder so, gibt's zu wenige. Irgendwie. Ich hab noch ein Spiel auf der Steam-Wunschliste, was so eine Art Command & Conquer unter Wasser ist. Aber das soll nicht so gut sein. Die Steam-Rezession... Also, es sieht optisch gut aus, aber die Steam-Rezessionen lassen zu wünschen übrig. Ja, also... Jetzt müssen wir der Kaffee liefern, oder was? Wie... Wie viel will sie denn? Subnautica. Ja, äh... Ja, okay, da hast du mich. Subnautica 1 hab ich schon durch im Stream. War sehr geil. Subnautica 1,5. Oder 2. Below Zero fand ich dann doch schwach. Hab ich auch schon durch. Weil's mir viel zu kurz war. Aber Subnautica hast du natürlich recht. Ist ein Spiel, wo man eine Unterwasserbasis bauen kann. Vollkommen richtig. Ähm... Die Priesterin hat gesprochen. Blablabla. Muss ich da jetzt eine Route hinbauen, oder wie? Offensichtlich. Muss ich da jetzt eine LKW-Station hinbauen? Hm. Und eine Straße offensichtlich, was? Sonst wird das ja nix. Eine kleine Straße bitte, ja. Ich möchte keine riesige Brücke bauen. Deswegen ziehe ich das lieber Schritt für Schritt. Kann ich auch mit Shift besser arbeiten, als ich jetzt ein bisschen mehr gerade ausbauen soll. Egal. Nein, 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 nein. Okay. So. Man kann nix bauen, aber trotzdem unter Wasser als Soma. Okay. Was macht man bei Soma? Worum geht es da? Ich bin auf jeden Fall schon mal neugierig. Okay, wartet. Wir machen eine neue Handelsroute. Die wir nennen... ...göttliche... ...Lieferung. So. Die geht von hier... ...nach da. So, dann gehen wir... ...die ist auf jeden Fall schon mal fertig. Danach sagen wir Fahrzeug kaufen. Einer reicht da. Oh, was ist das hier? Damm, wo kommst du denn her? Ganz Zeit schon da wahrscheinlich, ne? Da reicht auch... ...ne ganz billige Kutsche, oder? Das ist wahrscheinlich nur für die eine Quest. Kaufen. Du kommst auf die Route... ...göttliche Lieferung. Viel Spaß. So, was müssen wir noch tun? Ah, wir haben schon neun Passagiere transportiert. Ja, die... ...Zug ist noch was Neumodisches, ne? Alles klar. So machst du ja ein philosophisches Spiel, wenn man es... ...runterbricht, so ein Walking... ...Ah, okay, 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 okay. Da erinnere ich mich noch an so... ...an so die ersten Spiele, so... ...Müst hießen die, glaube ich. ...M, Y, S, T, oder so. Ich... ...ich... ...ich verstehe es, und... ...ich weiß nicht, ob es was für mich wäre, aber ich... ...guck mal rein bei Steam oder so... ...und gucke mir da mal eins der Videos an. Vielleicht wäre es ja was, aber... ...ok, also wir bringen dir jetzt Kaffeebohnen. Ähm... ...Emposphäre ist toll. Das, das glaube ich dir, das glaube ich dir aufs Wort. So, dann lassen wir hier mal ein bisschen schneller laufen. Also, klar, jeder Tempel, jeder alte Tempel... ...hat natürlich seinen eigenen, äh... ...ganz klar seinen eigenen Bahnhof hier, seinen eigenen Busbahnhof. Und da kommen dann Pferde und bringen Kaffee. Ist klar. Vor allem, ich finde es auch geil, mitten im Dschungel... ...in der absoluten Pampa. Ein Hydrant, falls es brennt. Da haben sie dann alles gedacht, oder? Ist doch wunderbar. Jetzt die Frage, wird das hier langsamer? Ne, ist nicht so programmiert, okay. Ich habe das Gefühl, das hat nicht so ganz gepasst, oder? Aber irgendwie doch. Oder der hatte, glaube ich, keine Boden, die er hätte mitnehmen können. Hat der irgendwas hergebracht? Nö. Hm. Ja, schon klar. Weil man sich bei so Spielen spoilern lässt, ...Nikrobob, dann ist klar, dann... ...das hat irgendwie nicht geklappt. Aber der nimmt auch Kaffee mit, oder? Es war, glaube ich, keiner da. Glaub nicht, den Kaffee! Doch, da hat jetzt zwei dabei. Okay. Ich glaube, bei den alten Spielen, zumindest bei Train Fever, ...hat keiner drauf. Da waren, glaube ich, keine Menschen drauf. Bin mir nicht mehr sicher, aber... Ja, auf! Die kleine Steigung hier. Gute alte Kaffee-Opfer, ja. Ich bin ja froh, dass sie Kaffee opfern und, äh, keine Menschen. Äh, und noch kurz, weil ich es da vorhin erwähnt habe, Red Dead Redemption 2, muss ich noch fertig spielen? Werde ich auch im Stream fertig spielen? Problem ist meine Grafikkarte. Ja. Was? Welcher Vulkan denn? Wenn die wertvollen Kaffee-Früchte auch künftig mit der Bahn befördert werden sollen, muss unabdingbar etwas unternommen werden. Es erscheint lohnend, die Infrastruktur zu entfernen. Soll sie nicht unter Asche und Lava begraben werden? Das ist ein Scherz. Also umbauen, oder was? Ah, ja. Dein schmuckes Domizil ist neuerdings erquicklich schlangenfrei. Die kauft aber weiter Kaffee, oder? Ne, das hat sich jetzt... Ne, doch. Doch, doch. Die will weiter haben. Ah, dann soll sie es kriegen. Okay, also wir müssen jetzt umbauen. Also sollten wir den Zug mal aus dem Bahnhof fahren lassen. Also ich muss auch den ganzen Bahnhof umbauen und wir müssen die Linie dann hier rum schicken. Hm. Ja. Ich kann nicht per Viano Drag & Drop, ne? Nein, schade. Moment, wir brauchen einen Kopfbahnhof für Güter. Ich bin jetzt natürlich schlau. Untertitelung des ZDF, 2020 So, lasst mich kurz überlegen, wir passen die Linie an. Und zwar, das hier ist Obera Subara und das ist hier, wie auch immer der heißt. Also andersher dann, genau. Dann fügen wir noch eine Haltestelle hinzu und zwar die hier. Ja, das ist klar, dass das keinen Sinn macht. So, müsste das doch passen, oder? Das war dumm. Ich habe die Kaffeelieferung zerstört. Ey, mal völliger Quatsch. Kann ja gar nicht klappen. Yeah. Da. Dann machen wir jetzt eine neue Haltestelle. Als dritte. So. Keine Ahnung. Wir sind schon wieder bei der göttlichen, aber ich war doch gerade bei Kaffee. Will der mich verarschen? Das ist doch schon wieder Quatsch. Danke. Jetzt nochmal Kaffee. So. Haltestelle hinzufügen. Jetzt aber. So. Das ist richtig. Das ist falsch. Weg damit. Eigentlich kann er weiterfahren, oder? Hätte ich den Signal entsetzen müssen. Auch schön, dass er es jetzt direkt anfährt. Ja, in anderen Spielen. Anno zum Beispiel. Fast ein bisschen asiatisch, der Soundtrack gerade. So. Wir haben außen rum gebaut. Wieso denn Linie entfernen? Wieso entfernen? Ich habe es doch jetzt umgebaut. Ach, kommt schon. Ach, kommt schon. Ein Segen. Welch ein Segen. Ein Schmuckes Domizil. Okay, das heißt weiter ein Segen. Ja, aber ich habe es doch. Wahrscheinlich will er, dass ich die Linie abreiße, ne? Das ist schon. Ich schicke die Züge. Und entferne den Halt. Ich schicke die Züge ins Depot. Okay. Einfach auf der Stelle stehen geblieben. Jawohl. Ich fand aber, meine Lösung fand ich eigentlich besser. Mist. Du sollst jetzt ins Depot? Geht doch. Moment, Moment, Moment. Ah, jetzt muss er warten, weil der Geizabschnitt belegt ist. Naja. Also beide ins Depot. Entferne den Halt bei der Kaffee-Plantage. Habe ich eigentlich schon getan, aber ich weiß nicht, ob er das jetzt rafft. Ich müsste es nochmal rausnehmen halt. Ich war zu schnell. Ich war zu schnell. Beferlen wir hier drüben noch fleißig die Leute? Ah, ja. Viel sind da drin? Einer. Von 40. Ist nicht wirklich lukrativ, ne? Du kommst ein Tick zu spät. Okay. Ähm. Ja, okay. Ich muss, ich muss die Plantage aus der Haltestelle rausnehmen. Aus, aus der Linie. Sonst lässt er mich hier nicht weitermachen. Wartet. Also da raus damit. Damit die Kaffeeproduktion führerhin ihren Fortgang nehmen möge, sollte die Trasse in ein Gebiet verlegt werden, von dem anzunehmen ist, dass die zu erwartenden Eruptionen es verschonen. Müssen wir die Züge wieder auf die Linie packen? Achso. Das fruchtbare Eiland hat weit mehr zu bieten als Kaffee. Die Witwe eines befreundeten Pflanzers, möge der arme Tropfen Frieden ruhen, baut neuerdings Zuckerrohr an. Mach die Dame glücklich, indem du ihr deine Dienste angedeihen lässt. Als Witwen tröster, oder was? Offensichtlich nicht. Ja, war klar, dass wir den Zucker noch transportieren müssen. Das transportieren wir jetzt mit den Kaffeefrüchten. Wir haben die Strecke ja schon umgebaut. Ich habe dem Spiel ja vorgegriffen. Wir stimmen dazu. Der Zucker muss zur Stadt befördert werden, von woraus er verschifft und so dann an kontinentaleuropäischen Kaffeekränzchen kredenzt wird. Kredenzt. Ein Wort, das ich auch selten verwende. Schön, dass sie es hier nutzen. Dein Segen. Kann ich das abschließen, oder was? Nee, irgendwie nicht. Ah, okay. Oh, okay. So, eine nach... Liefere Zucker von der Zuckerplantage nach Surabaya. Surabaya ist hier unten. Das sieht man. Aber es steht nicht, wo es hin soll, oder? Nö. Egal. Hauptsache hier unten dran. Okay. Weil dann könnten wir uns ein... Nee, es geht nicht. Das ist kein Güterbahnhof, oder? Das ist schlecht. Gut, wir könnten ein Güterbahnhof mit dem gleichen Gleis befeuern. Ich versuche jetzt einfach mal... Ja, oder wir haben ja hier noch ein Gleis. Ja, bringt es aber auch nicht wirklich, ne? Ich meine, wir haben in diesem Spielstand hier genug Geld. Also, das ist... Das ist die Frage. Könnten wir noch einen schönen Güterbahnhof hinsetzen? Aber es lohnt eigentlich fast gar nicht. Wobei, wir transportieren so wenig Leute hier. Wie viele sind da wieder an Bord? 505. Da könnte man das Gleis doch eigentlich mitverwenden. Was machen wir? Kommt. Wir bauen... Moment. Einen neuen Bahnhof. Einen Güterkopfbahnhof. All das können. Da. Wir drehen dich. Habe ich erst überlegt, ob ich überhaupt lange genug Gefallen an dem Spiel finde. Und jetzt bin ich noch fast zwei Stunden dabei, ne? Oh, 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 oh. Das ist, äh... Das war nicht gut. Hm. Egal. Der Verkehr fließt famos. Die Plantagenwirtschaft entwickelt sich prächtig. Der amtierende Gouverneur gedenkt, sich angesichts dieser Erfolge bei Zeiten in die holländische Heimat abzusetzen. Dank deiner hervorragenden Arbeit hast du gute Chancen, seinen Posten zu erden. Die Krümmung ist zu groß. Hab dich mal nicht so. Ein bisschen größer müssen wir es, glaube ich, schon machen. Da muss ja auch ein kleiner Zug da stehen können. So, jetzt müssen wir hier wieder, äh, die Signale setzen, ne? Wie war das denn? Also hier. Das war richtig rum. Und hier, ne? Okay, ich hätte es weiter vorne setzen müssen. Okay. So, und ich würde da nochmal eins setzen. Hier irgendwo oder so. Oder hier. Dass die Ausweichmöglichkeiten haben, ne? Links vom Abrissbutton. Links vom Abrissbutton? Was denn? Ah, das Geländer anzupassen. Achso, jaja, jaja, jaja. Ja, das habe ich gesehen, aber jetzt war es zu spät. Jetzt wird das so gebaut. Zack. Booms. Aus. Ähm. Wartet mal. Gebäude? Ne, hier. Schienen. Schienen. Ich glaube, Schiene. Äh, Schiene. Das machen wir jetzt umgekehrt, ne? Ist ja egal. Hm? Wieder verklickt. Ja. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir es wieder richtig rum machen. Also, ja, können wir ja genauso machen, ne? Aus der Richtung so. Und aus der Richtung so. Können sogar noch weiter vorne machen bei dem anderen. Hab ich gerade gesehen, ne? Oder? Ja. Haben wir noch zwei Ausweichstrecken. Das ist doch okay, oder? Sollte doch passen. Zweigleisig fahren. Ja, ich weiß, hätte auch zwei Gleise bauen können. Ich wollte das jetzt, äh, ich wollte jetzt einfach mal doppelt, doppelte Benutzung machen. Weil wir es können. Ich muss hier jetzt eh abzweigen, dann. Das heißt, hier, wartet mal. Normalerweise hätte ich auch nicht gegeizt, aber so. So, und dann würde ich sagen, wir brauchen noch einen Güterbahnhof. Den bauen wir hier hin. Nein, den drehen wir. Äh, so. Gleise. Gleise. Ist die Frage, ob ich da noch Signale bauen müsste. Ob das da noch Sinn macht. Eigentlich nicht, ne? So, dann haben wir jetzt hier unsere neue Strecke. Die Strecke heißt Zucker. Neue Linie. Sugar. Zucker. So, die Zuckerlinie fährt von da nach da. Genau. So, dann brauchen wir ein Transport. Fahrzeug kaufen. Dampf den schnellen, bitte. Kriegst noch ein paar Cargo hier. Der hier, ne? Kommst du auf die Linie. Zucker. Zucker. ich kann es gut aus oder? Der muss kurz warten. Aber nur ganz kurz. Passt doch. Das wäre doch total Ressourcenverschwendung gewesen, wenn wir da zwei gebaut hätten. Zweigleisig. Gibt es eine Taste, dass er ein Horn machen kann? Wisst ihr? Gibt es da was hier? In dem Modus? Der Ego-Perspektive vielleicht? Also es geht ganz gut aus, finde ich. Mit dem Zug zuckelt der Zucker zügig zur Stadt. Welch Wonne? Mit dem Zug zuckelt der Zucker zügig zur Stadt. Kannst du dir nicht ausmalen. Es gab kein Achievement. Schade. Da musst du Choo-Choo mit den Mund machen. So machen es die Profis. Nee, wenn ich das Spiel öfter spielen würde, dann lege ich mir eine Taste auf mein Stream Deck. Wenn ich das wollen würde, aber ich hole mir jetzt auch keine Lockfahrermütze. Zumal es der Transport-Fever heißt und nicht Train-Fever. Ja, nett. Also nettes Spiel. Muss man sagen. Ich meine, das ist jetzt wenig herausfordernd, ist klar. Aber ich finde, also gerade mit diesen zwei Ausweichleisen, das passt ganz gut. Von der Strecke hier. Meistens, wenn die sich begegnen, ist irgendwo gerade was frei gewesen. Also, dass ich nur ganz kurz warten muss. Gut. Wir gehen zum Hauptmenü. Einstellungen da. Zurück ins Hauptmenü zurück. Der Norden Britanniens, inmitten des viktorianischen Zeitalters. Die Industriestadt Glasgow platzt aus allen Nähten. Die Fabriken arbeiten auf Hochtouren. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Die kontinentaleuropäischen Länder haben in wirtschaftlichen Belangen längst aufgeholt. Damit das Mutterland der Industrialisierung nicht ins Hintertreffen gerät, muss etwas getan werden. Wer jetzt nicht spurt, bleibt auf der Strecke. Ich weiß, was du meinst. Necrobot, ne? Ich weiß, was du meinst. Also, da kann man sich zu Tode optimieren. Was ich bei Anu mit den Schiffen mache, geht ja hier wahrscheinlich mit den Zugstrecken. Ganz klar. Der Norden Britanniens, inmitten des viktorianischen Zeitalters. Die Industriestadt Glasgow platzt aus allen Nähen. Die Fabriken arbeiten auf Hochtouren. Hast du schon mal erzählt. Die Konkurrenz schläft nicht. Schottland. Land der Aufklärung. Land des Fortschritts. Schottland. Land der Wissenschaft. Was? Reden wir vom gleichen Schottland. Land der Industrie. St. Patrick's Day. St. Patrick's Day ist doch in Schottland, oder? Oder vertausche ich das gerade? Ne, Irland. Irland. Vergesst es. Irland. Mit deinem Transportunternehmen bist du geradezu prädestiniert für einen solchen Auftrag. Die Werften am Forth of Clyde sind für ihre stabilen Kähne seit langem berühmt. Neue Verfahren zur Massenproduktion von qualitativ hochwertigem Stahl Verstehe. Schiffe jetzt. Veröfne nun ungeahnte Möglichkeiten. Da freue ich mich drauf. Ein Mitglied der Stadtrats hat dir kürzlich bei der Fasanenjagd angeboten, du mögest seine Freunde bei der Fasanenjagd mit dem wichtigen Werkstoff beliefern. Kohle und Eisen sind in den Landen um Glasgow reichlich vorhanden. Ab in den Hochofen damit. Okay, also hier gibt es das Stahlwerk. Macht aus Kohle und Eisen. Wir müssen also Kohle und Eisen herliefern. So, hier kriegen wir Kohle. Da werden wir keine Zugstrecke legen. Das ist ja Quatsch. Wir könnten, aber es ist Quatsch. Was gibt es denn hier drüben? Ah, das brauchen wir später erst. Okay. Das ist die gute Frage. Ach, für das Ding lohnt sich doch kein Zug. Aber andererseits sind wir hier eh eine Strecke. Also hier lohnt es schon wieder. Ich meine, es ist uns frei überlassen. Okay, ich will den Fisch noch wegtransportieren. Das soll auch irgendwas bedeuten. Aber ich raff es gerade nicht. Ja gut, also ich würde sagen, das ist so eine kurze Strecke. Da lohnt doch kein Güterbahnhof. Das ist doch Quatsch. Also, ja, ich könnte hier, aber das ist, das ist, nee, das machen wir mit Kutschen. Hallo Traum der Seele. Schau, dass du reinschaust. Viel Spaß im Lurk. Weißt du, das ist Lurk-Symbol, ne? Danke dir für deinen Lurk. Nee, ich würde sagen, wir machen das mit Pferdekutschen. Das ist sonst Humbug. Oder wie vieles Jahrhundert haben wir denn, 1880? Ja. Vielleicht haben wir schon was mit Dampf, aber ich glaube nicht. Ähm, eine Lkw-Station machen wir. Wir sollten, glaube ich, erstmal Straße legen. Eine mittlere Straße, 40 kmh, 60 kmh. Für mich ist das eher im Fuck um die Ecke oder Hallo sagen. Wie, äh, der, der, der Alan Harper, der hat ja auch immer so schräg ums Eck geguckt. So ein, zwei sehr, sehr lustige Szenen. Große Straße, 60 kmh. Okay. Kann ich sehen, was ich kaufen kann? Nein, erst wenn ich es gebaut habe, dann, hm. Na gut. Ähm. Boah, mal die dickste Straße. Was soll's, oder? Können wir 60 kmh fahren? Nicht, dass wir das aktuell können wollen würden, aber egal. Äh, ich hab's verstanden. Traum der Szene, alles gut. Kann ich die Straße hier austauschen? Nicht wirklich. Aber ich kann die abreißen, oder? Wartet mal. Ja. Also, wenn wir gar nicht eine gescheite Infrastruktur schaffen, oder? Das geht auch so nicht. Hm. Äh, wir drehen. Wisst ihr, was ich vorhabe? Ich will die Engine austricksen. Wie ist es denn? Wenn ich es hier hin baue, müsste es doch theoretisch gesehen dahin transportiert werden, automatisch. Und wenn ich es hier hin baue, müsste es drüben transportiert werden. Das heißt, ich könnte doch quasi cheaten. Ich könnte hier zwei hinbauen und ein Wagen, oder? Das müsste gehen. Das wäre zwar völliger Quatsch, aber theoretisch gesehen müsste es funktionieren. Dass automatisch die Waren darüber transportiert werden und von dem anderen hier rüber. Und dann habe ich wirklich ganz kurze Transportwege nur, ne? Ich mache das nicht. Ja, ich mache das nicht, weil ich finde das selbst Quatsch. Aber, also wir, wir machen hier eins hin. Ja, super. Hier sind doch quasi beide drin, oder? Wird mal. Ja, doch nicht. Okay. Na, wäre auch blöd. Was soll ich machen? Noch eine LKW-Station? Ach so, jetzt habe ich ja hier natürlich die Strecke nicht ausgebaut. Skandalös. Oh, man. Okay. 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 Können sie rüberschmeißen. Oder? So, wir brauchen Strecke. Strecke, Strecke. Wir brauchen Linien. Das wird unsere Eisenlinie. Neue Linie. Kohle. Ups. Kohle. Und dann holen wir uns jetzt noch einen Transport hier. Wo haben wir es denn? Ein Straßendepot? Ein Tram-Depot? Um Trams? Ne. Trams haben wir noch nicht. Uff, das ist eine gute Frage, wo wir das hinsetzen. Gut, hier gibt es wahrscheinlich eh nicht mehr. Wir machen es hier dran. Kommt. So. Wir brauchen Fahrzeuge. Und zwar, was haben wir denn zur Auswahl? Nicht so viel, ne? Für Cargo haben wir eh nur den europäischen Planen. Pferdewagen. Dann wird das doch. Die können doch alles transportieren. Sollst du nicht Zugstrecke bauen? Nö. Steht irgendwo, dass ich Zugstrecke bauen muss? Nein, da steht nur, dass ich Stahl produzieren soll, oder? Liefere Kohle. Da steht nicht wie. Traum der Seele. Da steht nicht wie. Das ist mir die Freiheit. So, Fahrzeuge kaufen. Und zwar, wir holen einen. Der reicht. Es ist sonst völlig too much. Du gehst auf die Strecke Kohle, weil das ist ganz kurz. Und dann kaufen wir zwei Fahrzeuge hier. Und ihr beiden geht auf die Eisen. Auf geht's. Ach so, eine kurze Strecke. Hätten wir auch zwei bauen können. Und hier vielleicht drei oder so. Gut, die müssen halt erstmal transportieren. Wobei, hier ist eigentlich schon genug. Ja, kommt. Dann wollen wir mal nicht so sein. Nimm die Spendierhosen an. Und gehst nochmal auf die Kohle drauf. Ach so. Ja, äh. Okay, du hast recht. Nach dem Streamtitel zu gehen, da hast du recht, ja. Ich muss sagen, ich kannte dieses kurze Video-Meme gar nicht. Außer ich kannte den Satz, wenn halt jemand sagt, ich mag Züge. Dann habe ich mir mal diesen kleinen Comic angesehen. Dieses kleine Comic-Video in Schwarz-Weiß. Ja. Ja, ganz lustig. Mich jetzt nicht beömmelt, aber dennoch ganz nett. Und man kennt sie, ja. Ja, 1880 gab es schon vollautomatisierte Lohren. Ähm, die waren mit so einem GPS-System ausgewachsen, ähm, ausgestattet. Und schon automatischen Motoren, kleinen, ja. Dass die automatisch in die Mine gefahren sind. Und die hatten, die hatten eine, so eine enorme Ausstrahlung hatten, die, dass der Berg Angst hat. Und dann ist die Kohle automatisch in die Lore reingefallen und sie sind wieder rausgefahren. Völlig automatisiert. Das Ganze ist schon 1880. Das ging dann aber irgendwann verloren. Diese ganze Technologie. Und wir haben es bis heute nicht. Ja, aber es gab es 1880 schon. Ne? Völlig historisch korrekt hier in dem Spiel abgebildet. So. Gut, die brauchen noch ein bisschen. Wir sind hier auch auf der normalen Geschwindigkeit. Aber auch da sind die Pferde mit ihren Beinchen eigentlich ein bisschen dick zu schnell unterwegs, oder? Irgendwie schon. Hier ist klar. Und hier haben wir den Knight Rider Modus. Es ist so lustig. Wenn ihr, wenn ihr mal, das, das gibt es bestimmt irgendwo im Internet zu gucken. Bei irgendeinem Streamingdienst. Oder ich glaube, es läuft noch irgendwo im Fernsehen. Wenn ihr mal die alten Knight Rider Folgen guckt. Wenn ihr den Turbo eingeschaltet habt. Und aus dem Auto sind diese Flügel rausgefahren. Beim Kit. Dann ist das Auto nicht schneller gefahren, sondern wir haben den Film schneller laufen lassen. Das sieht man in den Bäumen. Es ist schrecklich, heute sich anzusehen. Früher sind das nicht so aufgefallen. Die Bäume, die Palmen wackeln ganz normal. Das Auto fährt schneller. Der Film wird schneller abgespielt. Die Bäume wackeln schneller. Uh. Die guten 80er, ne? So, wie sieht es aus? Wird hier schon was? Ja, hier ist alles voll. Wunderbar. Können wir eigentlich noch mehr transportieren. Merke ich gerade. So, wir sollen erst mal Stahl produzieren. Da muss der Stahl bestimmt irgendwo hin. Und dafür könnte ich mir dann einen Bahnhof gefallen lassen. Ich wüsste zwar nicht, wer den Stahl haben will, aber... Ah doch, hier. Hier. Let's go. Ah, wir könnten es auch mit der Kutsche hinfahren. Aber nein. Da machen wir einen schönen Güterbahnhof. Das ist eine gute Idee. Da machen wir einen Bahnhof. Vielleicht bauen wir das nochmal um. Ja, ich glaube, es wird besser sein, wenn ich das hier hinsetze. Es sieht... Es ist eigentlich auch, glaube ich, schon vom Entwickler so gedacht. Nur ich habe wieder Scheiße gebaut. Das sieht man schön bei Siedler 7 übrigens. Eins der unterschätztesten Siedlerspiele aller Zeiten. Ich liebe es. Ähm. Das sind auch bei den Map-Ausgängen immer so prägnante Punkte, wo man genau sieht, da soll ein Lager rein. Ja. Ist okay, Traum der Seele. Es ist für alles okay. Weil dann würden wir hier einen Bahnhof reinbauen. Einen dicken, fetten Bahnhof mit mehreren Gleisen. Weil wir müssen auch garantiert Gäste transportieren. Das könnten wir eigentlich jetzt schon tun, oder? Einfach so. Weil ich Spaß dran habe. Das Spiel kann mich ja nicht dran hindern. Weil dann würde ich gerne ein Gleis oder zwei... Wir gönnen es uns richtig. Wir machen einen zweigleisigen Kopfbahnhof. Den wir hier ran irgendwie klatschen. Für nach Glasgow. Die da oben wollen alle Stahl haben. Warum auch immer. Also... Ah, weil es die Industrie ist. Ah, okay. Okay, okay, okay. Die da hinten wollen Fisch haben. Ah, gut. Ne, also Stahl können wir hier definitiv anliefern lassen. Die Schiffswerften begehren nach Stahl für immer kolossalere Pötte. Das war schon klar. Der kommt da nicht von alleine hin. Weil wir müssten ja auch den Fisch später hier holen. Da legen wir hier ein schönes Gleis rüber. Das machen wir nicht mit der Schifffahrt. Schifffahrt machen wir dann später für den Rumpen hier, oder was das ist. Okay. Ja, gut. Dann kommt jetzt doch der Bahnhof. Den machen wir hier hin, wartet. Einen schönen Kopfbahnhof. Ah. Weiß noch nicht. Wir würden uns dann... Ah. Wenn hier das Schiff ankommt, könnten wir vom Bahnhof dann hier darüber fahren und da hinten dann den Fisch hinbringen. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn wir zwei Bahnhöfe bauen. Moment, ich habe so eine... Ich bin so ein bisschen blöde Idee gerade im Kopf. Bei mir geistert so ein bisschen... Bisschen so... Ja. Das ist im Kopf rum. Das heißt, wenn ich einen normalen Güterbahnhof baue, und den wir erstmal drehen, und den wir vor allem kürzer machen, das ist... Nein, nein, nein! Ich habe doch Shift gedrückt. Abreißen. Kriegen wir unser Geld zurück? Wahrscheinlich nicht mehr so viel, aber egal. Ähm... So, hier, jetzt. Shift. So. Ja, ich würde gerne da die Straße abreißen. Hm. So, machen wir das. Hm. Egal. Es muss passieren. Für die Zukunft muss auch manchmal was getan werden. íoin. So. Ja. So, das ist... So. 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 verb santé. So. 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 so und da können wir dann auch bestimmt wie ist das wenn ich die nur um gleise erweitern will moment hier zu machen ich sage jetzt hier ich kann ja doch bestimmt konfigurieren oder ja ja gleise wir brauchen hier mindestens noch ein zweites gleis wir brauchen sogar ein drittes gleis ja ja wir haben es doch und zwar möchte ich dass der stahl auf einen gleis geliefert wird der fisch auf einem dritten gleis und auf dem vierten gleis machen wir dann also erstes gleis für rum oder was auch immer das hier ist zum saufen hat dann später der fisch und wir brauchen noch ein viertes gleis für die für die personenzüge das überlegen wir uns noch oder wir nehmen das dritte klar ist einfach okay wir machen aber hier ein drittes gleis so ein zweites dass der durchschippeln dass der durchdüsen kann und dann machen wir gleich hier aber hier unseren anderen bahnhof hin genau und dann nehmen wir das ach das ist wird es wird traumhaft es wird traumhaft ihr wisst es noch nicht aber ich weiß es wird traumhaft also in die mitte kommt der fisch ja die mitte kommt der fisch und die passagiere aber die können wir über ein separates gleis machen und der bahnhof kommt hier unten hin das ding und daran planer das ding und an den plan so bringt das bringt bringt plattform was da können wir glaube ich mehr transportieren ob wieso nicht passagiergebäude ist glaube ich quatsch oft das war dumm das war doch gütergebäude was ist das hier kleines nebengebäude ja cool dann war es doch richtig mittleres hauptgebäude verschiedenes seiten eingangs okay kann ich kann ich wartet kann ich das hier abreißen dann reiß ich alles ab okay warte jetzt kann ich kann ich das hier hinsetzen und kann jetzt das hier abreißen vielleicht hätte ich es auch gar nicht gebraucht geht erst die straße im weg will das große gebäude haben moment infigurieren so kollision verdammt gut daneben hat nur das zweier gebäude mein gott ich kenne das dreier gehabt ich hätte gern gehabt aber gut so jetzt gehen wir noch mal kurz hier zu konfigurieren plattformen ok ich dachte dass wir die passagier plattform wir machen die einzelne hin jetzt habe ich doch die doppelten gebaut egal wir haben es doch nein ok so jetzt haben wir gesagt der muss umgebaut werden ja der muss umgebaut werden du musst du musst auch weg kann ich dich abreißen ich würde ich glaube ich baue es erst neu aber wir probieren es kommt ok die fahren weiter die haben noch kein depot wo sie rein können sehr gut wir bauen jetzt ein neues gebäude und zwar eine neue lkw station die drehen wir hier wäre es doch geil lässt mich nicht lässt mich nicht ok wir müssen das jetzt umändern die linie so linie 1 kohle kohle du fährst 1 2 du fährst hier noch hin genau und eisen machen wir genauso halte ich hinzufügen weißt du zwei raus so wenn das hier weg ist dann können wir gleich unsere gleise bauen so wie gesagt dann gehen hier vier gleise durch bei dem gehen vier gleise durch nein auch nur drei der fisch kommt ja von hier stimmt wir gleich einen großen linienplan aber müssen schneller laufen dass die sich hier alle aber ich glaube das raffen die direkt also der fährt glaube ich jetzt direkt hier hin so dann habe ich gesagt ein güterbahnhof bei 40 feldern oh gott also da würde mir auch der kopf brennen hier bei so einem riesen 5d schach so güterbahnhof war jetzt mal gleich ein bisschen weg aber wir brauchen nicht das große gebäude hier so und theoretisch gesehen gehen hier drei gleise durch so zweimal güter für fisch und für also also als drei gleise passagiere güter passagiere stahl und fisch drei gleise ok wenn wir gleich anfangen so ein bisschen lord of the dance heißt das oder kann das überhaupt nicht oh falscher bahnhof hallo ja und weiter ah ja ok also nochmal drei gleise haben wir gesagt so oh ich muss die noch irgendwie verbinden also 4 1 plus 1 5d schach ne 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 haben doch gestern schon schon slide lama und uno gespielt das muss doch reichen so gleise müssen wir mal gucken dass wir das hier verbunden kriegen ich wollte eigentlich keinen tunnel bauen andererseits wieso nicht die frage ist ob wir dann noch nebendran bauen können also durch dass ich eh einzelne gleise mache hm kann ich das jetzt noch hoch bauen nein kann ich nicht also ich weiß dass hier ein bisschen hätte ich höher gebraucht ne ach gut dass der baum mit hoch geht finde ich geil das finde durchgehende tunnel ein bisschen so war ein grundlegender gedanke gerade moment wir machen nochmal hier da gleise jetzt haben wir es oder oh ist ein tunnel ok würde ich so bauen oh ich bin gerne überlegen wie wir das machen mit unseren zügen ich möchte nur ein depot bauen die müssen aber auf alle drei gleise kommen können beziehungsweise alle vier gleise ja was ist fertig gemacht ich glaube bei uno hast du zweimal gewonnen ja bestimmt ach ja oder wir machen das da hinten hin steuern von da hinten alle gleise an genau es war duo stimmt wir haben duo gespielt also ja das ist dann der dritte der dritte kommt dann direkt von hier geht von direkt hier und geht dann hier hin mit dem rum und fährt durch also rum und fisch fahren durch aber fisch muss noch kommen auch schon schweineteuer ne auch günstiger sogar so und das dritte sind die passagiere haben wir gesagt die aus dieser richtung kommen dann machen wir mal den kopfbahnhof hin feilig dann machen wir mal den kopfbahnhof hin feilig dann kommt schon das ist eigentlich müsste das gebäude hier kaputt gehen ich hab die engine kaputt gemacht so also das stahlgleis endet hier und das hier wird das was wird das fischgleis doch das wird das fischgleis das mittlere wird das fischgleis dann kreuzen die sich ich baue ne 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 ist auch doof aber auch scheineteß wadum Das war's für heute. Der Engine Crusher, ja, ich mach die Engine noch kaputt. So, hier würden wir auch ein Kopf-Bano, aber kein Güter. Passagier. So, das Problem ist jetzt halt, er müsste auf das dritte Gleis. Ich würde sagen, er fährt jetzt einfach da durch, Bums. Einfach hier so rüber. Zack, die werden schon nicht kollidieren. Weiß ich nicht, am Schluss liegt dann Signal, wisst ihr, dass ich da nicht entlang fahren kann. Das wäre auch kacke. Das wird das Passagiergleis hier. Ich will jetzt keine, keine, keinen Tunnel oder keine Brücke bauen, das ist Quatsch. Aber gehen wir davon aus, wir wollten, also warte mal, wir ziehen auf jeden Fall mal das Gleis parallel hier runter. Ja, kurze Abschnitte, so war's bei den Vorgängern auch immer. Und fängt die Engine an, keinen Scheiß zu bauen. Das war zu weit. Könnte ich denn überhaupt nach oben bauen? Geht das irgendwie? Kann ich sagen, geh mal hoch. Warte mal, ging das nicht irgendwie? Puh. Nicht wirklich. Juckt das Spiel nicht wirklich, also. Ich könnte theoretisch einen Hügel bauen. Das versuchen wir jetzt. Das klappt niemals. Klappt niemals. Das klappt niemals. Mach eine Sprungschanze. Ne, er will da gar nicht hoch bauen. Ah ja doch. Ein bisschen hochgebaut hat er. Hm, macht er irgendwie nicht. Wahrscheinlich, weil es jetzt hier dann die Steigung ist. Das heißt, ich müsste hier den Berg jetzt wieder runter machen. Nein, du doofes Spiel. Das ist wahrscheinlich nicht hoch genug. Ja, ja. Hm. Was denn, wer das anbietet? Oder übersehe ich was? Naja. Ja, schade. Der Grund, der gute Gedanke war da, aber. Vielleicht, wenn ich es noch steiler baue, aber ich wage es fast zu bezweifeln. Also. Ich glaube nicht, dass das klappt. Nee, der will es. Ah, wobei. Nee, er liegt es unten vorbei. Nee, nee. Das ist Quatsch. Und hier will er es dann. Nee, macht er nicht. Und hier macht er es dann. Ja, er macht er es dann nur halb. Also er kommt mit der Steigung. Kommt er nicht hoch genug. Und ich kann das auch nicht irgendwie. Ich kann nicht irgendwie irgendwie Schiff drücken oder so. Ich kann zwar hier sagen, mach höher, aber das juckt ihn irgendwie nicht. Tiefer geht. Wir können es mal tiefer versuchen, aber. Nee, macht er auch nicht. Ja, jetzt wird er mir einen Tunnel anbieten, aber. Schade. Nope. Spiel macht nicht was für Zwilja. Ist schon doof. Ja, also. Ich meine, ich kenne die Engine auch nicht. Wann hier wieder eben. Aber Brücke bauen ist dann wohl so einfach nicht, ne? Außer im Nichts. Aber ich dachte, das ging früher. Vielleicht lässt mich das Spiel das jetzt nur noch nicht machen. Das weiß ich natürlich nicht. Ist das Wegpunkt? Nee. Oder gibt es denn den Optionen irgendwas, wo ich Gleis baue oder so? Wisst ihr? Höhenlinienlayer ein oder ausblenden. Das ist Keypad. Das ist nur, das bringt uns alles nichts. Wurde ich sagen. Gibt doch Multiplayer. Nee, gibt es nicht. Eine Insel mit Zerbergen. Ja, ja. Wir hatten schon den Lokomotivführer, Jim. Ne, Lukas, Lukas, Lukas. Lukas Lokomotivführer hatten wir schon. In einem wurde er erwähnt, ja. Ne, also ich sehe hier immer nichts. Lukas ist nicht im Knopf, genau. Genau. Wurden schon verwurschtelt in dem Spiel. Ja, schade. Also in jedem anderen Spiel kann ich sagen, wenn ich das Höhen-Tool nehme. Ich spiele mich doch trollend, oder? Ich würde gerne... Ah, ich muss Shift halten. Ah, Moment. Shift halten und mit dem Höhen-Tool spielen. Ja, auch. Du Sau. Aha! Keine Engine kann mir was anhaben. Ein bisschen tiefer noch. Hä? Hä? Nein! Nein! Alles klar, Traum, dass ihr durch schönes vorbei warst. Schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Nein! Ah gut, ich kann hier abreißen. Ich habe mich so gefreut. So, jetzt gehen wir hier hin. Ah, warte, müssen wir wieder abreißen. Oh, das ist jetzt zu erwischen, ey. Ich habe, ich habe es gerade gewogen, Traum der Seele. Ich habe es gerade gewogen. Ah ja. Wir möchten es aber gerne wieder runter. Warte mal. Warte mal. Ah, hier ist noch ein Stück. Was ist denn hier los? Was ist denn da los? Man weiß es nicht. Eieiei. Ja, ich müsste aber auch von unten dran bauen können eigentlich. Warte mal. Ja. 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 Dann ist das so. Also eine wunderschöne Zugstrecke, oder? Also, also. Naja. So. So, Alter, Alter. Ja. Ähm. Wir legen jetzt die Person. Wollt nicht. Die sollten hier irgendwo hin. Aber. Eine Schraube. Wir sind hier nicht bei Parkitect. Kann ich auch nochmal auspacken, die Tage. Ähm. Okay. Wir können hier einen hinladen. Ich will überlegen, wo jetzt das Problem ist. Wir kommen hier wieder in ein Problem. Weil hier kommt ja auch noch ein Gleis hin. Ihr merkt schon, ne? Ihr merkt schon. Das ist alles irgendwie auf. Ja. Ich würde sagen. Achso. Ich wollte halt erst alle Gleise legen. Um dann. Ähm. Zu gucken, wie ich das mache mit diesem. Äh. Mit diesem einen. Ja, da muss ich. Ich will eigentlich nicht alle Gleise verbinden. Aber ich muss es irgendwie machen. Wie ist das denn? Ich will eigentlich nicht alle anbinden. Aber ich könnte es. Aber wir wollten da dritten einen Kopfbahnhof bauen. Hm. Können wir auch lassen. Aber wir haben eigentlich vier Gleise. Keine drei. Mhm. Weil die Personen sollen da nicht entlang. Und. Hätte ich hier. Da hätte ich hier vier machen müssen. Keine drei. Ja. Ja. Dann wäre es gegangen. Weil ich wollte die untereinander eigentlich nicht verbinden. Das ist doch mal ein Problem. Aber ich kann jetzt nicht hier nochmal. Ah nee, das geht nicht. Ich kann das nicht nochmal abreißen. Es wird schweineteuer. Ja. Und um weiteres Gleis erweitern. Einstellung kann der Parameter. Ah. Ähm. Hm. Pff. Pff. Also ich sag mal. Hier erwischen wir drei Gleise. Seitdem. Wir machen ja auch wieder eine Brücke. Pff. Auch dumm. Ja ne. Geht ja gar nicht. Ah. Weil ich die Gleise halt nicht verbinden will. Ich will nicht, dass die Züge untereinander. Wobei das machen sie glaube ich eh am Bahnhof. Weil die anderen Gleise benutzen könnten. Um zurückzufahren. Ähm. Deswegen mach ich es ja bewusst nicht durchgängig. Ich will ja wirklich nur ein Gleis für eine Strecke haben. Hm. Das ist doof. Hätte ich hier vier machen müssen. Hätte ich hier nämlich hier hinten den Güterbahnhof. Also nicht den Güterbahnhof. Den äh. Wie heißt es? Zugdepot und vier Stück. Weg. Dahin. Das wär gegangen. Geht jetzt nicht mehr. Es sei denn ich würde hier aber. Hm. Geben hier die Passagiere. Geben ins mittlere dann an. Müssen wir alle seins höher verlegen. Aber ich glaub das klappt nicht. Können wir mal gucken. Aber ich glaub das klappt nicht. Ich glaub da macht auch der Berg nicht mehr mit. Pff. 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 Hier ist schon rot. Das, das klingt alles nicht so. Klingt alles nicht so rosig. Weiß ich noch nicht. Das passt. Klappt besser als ich dachte. Okay, 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 okay. Genau, dann wärst du das reine Gleis für... Hm, ja, hm. Nee, wär auch doof. Du wärst das reine Gleis für die Passagiere und gehst hier rüber. So machen wir das auch. So, und hier brauchen wir ja... Ach so. Nee, dann machen wir auch einen Güterbahnhof hin. Moment. Wir konnten uns noch einblenden lassen, was die wollen, oder? Genau. Genau, 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 genau. Die wollen Stahl haben, die da hinten wollen den Fisch und den rum haben. Was heißt, die würden dann den Bahnhof da hinten hinsetzen? Wartet. Auch ein Güterbahnhof natürlich. Moment. Das planen wir jetzt alles gescheit. Kopfbahnhof, Güterbahnhof. Decken wir da alle ab. Wenn wir die Straße abreißen, ja. Muss ein Haus weichen, es tut mir leid. Muss auch manchmal hier... Manchmal muss man für den Fortschritt auch ein bisschen was tun, ne? So, wir brauchen einen Güterbahnhof für zwei Güter. Lasst mich kurz überlegen. Ja. Das wird, das wird auf jeden Fall... Das wird bekloppteste, was ich, glaube ich, jemals gebaut habe. Egal, besser geht's nicht. So. Vor allem, das werden jetzt gleich krasse Kurven. So, wir erweitern den hier. Das ziehen wir jetzt durch. Das ziehen wir jetzt durch. So, also. Passagiere sind das Gleis ganz außen. Leise. Das können wir nicht abreißen. Das geht nicht. Okay, müssen wir mal gucken, wie wir den Kreis bauen. Ich würde halt gerne so weit rüber, wie es nur geht, aber... Ich würde mal sagen, so und dann so rum. Ginge sogar. Das wären die Passagiere. So. Das hier wäre das Gesöffs. Hallo, liebe Engine. Willst du mit, oder? Ah, ja, ja. Ah, ich habe falsch geklickt. Ja, ha. Nein, 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 nein. Nein. Jetzt. Das wäre das Gesöffs. So, das dritte. Nicht wirklich first try, aber ja. So. Und jetzt. Wir machen das Bewusstsein mal hier unten hin. Ich will mal den hier noch konfigurieren. Nein. Oh, ist verdammt. Ich wollte noch eine Plattform bauen. Ah, komm, bei so vielen machen wir eine große. Ah, dieses Spiel. Aber ich bin auch selbst entschuldigt, ich klicke zu schnell. So. Jetzt machen wir hier ein kurzes Gleis. Gleise. So hoch, oder was? Oh, das ist ja dumm. Ich muss es versuchen, so zu bauen. Das versuchen abzureißen und jetzt zu verbinden. Oh, das ist zu steil. Das ist Humbug. Das macht er nicht. Oh, ich habe nicht gesehen, dass das so hoch ist da drüben. Macht nichts. Moment. Moment. Machen wir alles ein bisschen tiefer, da kennst du nichts. So, wir müssen natürlich das Gebäude nochmal abreißen. Na ja, was auch. Ach, come on. Wie tief soll ich es denn noch setzen? Wie hoch ist das denn da? Ich habe hier doch voll tief runter gebuddelt. Hat der nicht gejuckt? Okay, warte. Ihr könnt mich mal. Ich mache das jetzt aber sowas von. Und wenn ich nach Öl bohre jetzt? Es ist mir egal. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das weiß ich wahrscheinlich immer noch nicht Aber ich glaube, ich lege jetzt auch mal das Gleis hoch Und baue es dann daran dran Das müsste doch passen Oh Ja, man kennt es So, können wir noch ein bisschen angleichen gleich Gleise Du sollst natürlich in das Gleis hier eingegliedert werden, bitte Nicht drüber, sondern auch dran Und ich glaube, bei vier Stück wird das halt ein bisschen happig Vielleicht, wenn ich so mache Und dann sage jetzt Genau Krümmung zu groß Nix So Jetzt können alle Züge aus diesem einen hier hinten raus Und können dann auf ihre einzelnen Gleise wunderbar fahren Ist das nicht toll? Ist das nicht? Also ich finde es toll So, wir können schon mal die ersten Strecken festlegen Und zwar Strecke Nummer 1 Ist Fisch So Eine neue Linie Diese Linie nennen wir, wie der Name schon sagt Fisch Auf der Fischroute transportieren wir von Fort William Bitte Fisch Neue Auf Fort William, bitte Ah Hallo Erlässt mich nicht Jetzt Fort William Und du fährst bitte einmal Kerzen gerade durch Hier hinter Kann ich jetzt sagen, welches Gleis? Was sind die Symbole? Alle hatten wir vorhanden Terminal 1 Äh Gut, der hat nur Terminal 1 Ah Und der soll wo rauskommen? Das ist gut Das ist gut Wartet Fisch ist 2, ne? Wartet Ja Fisch ist 2 Fisch ist 2 Hier 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 darüber Fisch ist Nummer 2 So Das heißt, er soll Terminal 2, oder? Dass wir richtig sind Hier Fort Glasgow Transfer Achso Das ist nur welche Seite, oder was? Eigentlich Ne Eigentlich die 1 Aber ich kann eben nicht sagen Dass er gleich Nummer 2 nehmen soll Ne Oh, das müssen wir rausfinden Theoretisch gesehen gibt es ja nur eine Möglichkeit Die werden sich schon irgendwie durchfuddeln Wenn nicht, habe ich die Engine zerstört So, also wir haben zumindest schon mal hier Da nehmen wir einen Güterzug Einer muss reichen Einen schönen, dicken Was können wir denn kaufen? Uh, ein bisschen ausmalen Ähm, was ist denn das dickste und das schnellste? 45 50 50 Äh, es ist das Achso, das ist, verstehe Dann nehmen wir doch hier Die BR 53 Preußisch Ab geht's Du nimmst bitte mit Du nimmst jede Menge Fisch Was kann du denn Fisch transportieren? Personen Das ist der gedeckte Güterwackung Ja, dann haben wir es doch hier Gedeckte Güterwackung Du nimmst bitte nur mit Fisch Genau Ähm, machen wir hinzu Was ist denn eine Million? Wir haben es doch 3, 4, 5 Oder 1, 2, 3, 4 Wir haben mal 6 Stück Geht das? Jo Wo gehst du auf der Handelsroute Fisch? Da bin ich jetzt mal gespannt So Theoretisch gesehen Müsstet ihr jetzt auf diesem Gleis hier fahren Theoretisch Bin noch skeptisch So Das wäre mal die erste Route Die zweite Route, die wir machen können Ist direkt der Stahltransport Das machen wir von hier Neue Route Neue Linie Umbenennen in Stahl Ah, natürlich So, und du fährst bitte von Glasgow Nord Ich bitte darum Hallo Ah Jetzt muss ich wieder irgendwo hinklicken Dass es wieder geht So Und du fährst genau hier hin Es ist Gott 2 Genau Auf Dem allerersten Gleis Ja Hier ist es das erste Ja, es ist quasi das Ja Wenn man so will Das vierte Ja, nee Dann müssten die ja hier fahren Für Fisch Ja, genau Ich bin verwirrt So Die fahren da hin und her Und die kümmern sich wirklich nur um Stahl Ich kann ihnen auch sagen Was die maximal einladen dürfen Aber ich denke es ist ja wohl klar Was die da abholen Und was die da abliefern So Da brauchen wir einen kleinen Waggon nur Also einen kleinen Zug nur Also nicht so viele Waggons meine ich Schnellen Zug können wir nehmen So Wir kaufen Fahrzeuge Und zwar auch wieder hier preußisch Und dann nehmen wir jetzt mit dazu Gedeckte Güterwaggon ist falsch Wir brauchen die hier Aber wir sagen mal vier, oder? Also ein bisschen was Aber es ist eine kurze Strecke Nicht eine kurze Strecke Kommen wir auch einen weg So Nehmen wir auch den Zug Du gehst auf die Strecke Stahl So Der müsste auf dem Gleis Gleich losfahren Ganz außen Und dann fährt er da schön brav hin und her Und macht seinen Stahl Also wir haben Stahl und Fisch Erstmal Ich bin gespannt Ich bin echt gespannt Also dieses Gleis müsste es werden Er fährt schon falsch Warte Ja Er fährt falsch Aber ich glaube die können sich im Bahnhof nochmal umsetzen Du bist auch auf dem völlig Falsch Gleis Okay Die Engine macht nicht mit wie ich will Wo fährst du jetzt nicht lang? Kriege ich jetzt noch eine Meldung Warum der stehen bleibt? Kriege ich nicht Oh Gott Oh Gott Wir werden sogar bankrott gehen übrigens Ich werde diese Mission wahrscheinlich Ich werde sie nie nochmal spielen Aber ich habe viel zu viel ausgegeben Wir haben viel zu viel Verlust gerade Ähm Ich werde wahrscheinlich diese Gleise verbinden müssen Was ich nicht wollte Und hier drüben wahrscheinlich genauso Aber wobei der ist aber jetzt gerade selbst schuld Also der kriege ich ihn ja nicht weg von hier Na der kriege ich ihn nicht weg Ja Junge du stehst auf dem völlig falschen Gleis Der müsste jetzt durchfahren können Ja der müsste passen Aber den kriege ich da nicht weg Ich könnte nochmal versuchen zurück zu pfeifen Aber der sollte jetzt zumindest fahren Aber der Stahlzug ist gerade für den Allerwertesten So wie sieht es hier aus Brauchen die noch mehr Wir hätten mehr Vertrag Also der müsste jetzt Fisch abholen eigentlich Vorausgesetzt der hat ja schon liegen Aber Hoffe Ja produzieren zumindest mal Also nicht dass die erst etwas freischalten Wenn ich den Stahl transportiert habe Wisst ihr Die Linie melden Probleme Warum Nö die andere sollte doch jetzt fahren Die sollte jetzt fahren Die sollte passen Sein er kommt durch das Haus nicht durch Ähm okay ist der andere wieder hinten drin Ja Dann versuchen wir es nochmal Geht schon wieder aufs falsche Gleis Er geht schon wieder aufs falsche Gleis Ich kann nichts tun Mit welcher Begründung geht er auf dieses Gleis Mit welcher Begründung Ich kann jetzt halt versuchen Bevor hier durchfährt Die Gleise noch miteinander Durchzumischen Was kann die noch machen Also sowas hier Bis die Krümmung nicht zu groß ist Zack So geht das Na jetzt kann halt Der kann da rüber Müssten wir eigentlich hier gucken Dass der noch hier rüber Geht nicht Habe ich so früh angefangen Hier ungefähr Das ginge noch Also so kann im Prinzip Jetzt jeder auf alles Der kann hier hin Der kann da hin Der kann da hin Und umgekehrt auch Der kann hier rüber Der kann der da rüber Der kann der da rüber Okay wollte ich nicht machen Musste ich machen Ja jetzt merkt er nur noch die Stahlrute Aber das haben wir ja gerade behoben Die Frage ist Hat der schon Fisch dabei? Oder ist das auf dem Weg? Aber ich glaube hier liegt nichts Andererseits Hier steht Fässer Fässer Aber hier steht nicht da Als wäre hier irgendwas da Andererseits steht hier was Das was da ist Nö Ja Junge du musst doch das Gleis wechseln Was stimmt denn mit dir nicht? Ich habe dir doch gerade gebaut Dass du hättest wechseln können Das Das Moment 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 ich glaube da ist mein Denkfehler den ich drin habe Der erste Denkfehler den ich drin habe ist Ich hätte es auf Ah ja ich glaube ich bin selbst schuld Und zwar hätte ich sagen müssen bei der Eisen Genau Aber wobei hier steht es eigentlich wie er fahren soll Warum willst du da hoch? Da gibt es Fisch mein Freund Da zeigt mir die Fischrute an Okay Ähm die Rote zeigt er mir gar nicht an Weil er die Rote nicht machen kann Das heißt ich muss sagen Wartet Ich muss sagen Bei Eisen Nicht bei Eisen Ist ja völliger Quatsch Bei Stahl Bei Stahl muss ich sagen Er nimmt hier Was haben wir hier? Glasgow Transfer Kommt wo noch Glasgow oder was? Und das ist Glasgow Nord oder wie? Ja Glasgow und Glasgow oder was? Ja hätte ich gerne ein bisschen mehr Infos liebe Leute Glasgow Transfer Hallo Bsi Schon hast du reichst Das ist Glasgow Aber auch nicht Glasgow Nord Einfach nur Glasgow Das ist Glasgow Transfer Ähm Dann sage ich dem hier Und Fitz bitte ohne R Ähm Da muss ich bei der Linie sagen Dass er bei Stahl Bei Glasgow Transfer Also aber da kann ich nur auf die 1 gehen Boah das ist Glasgow Nord Ne ich kann hier nichts einstellen Das ist doch dumm Ja aber Hä? Ja achso Ja ja aber klar Aber Das ist doch dumm Nee Nee Ja ich bin dumm Ich hab's Äh wann mach ich wieder Immortals? Dann wenn ich besseres Internet habe Also was heißt besseres? Funktionierenderes Also ich hab aktuell Provider Probleme Ich tu mich auf nichts irgendwie gerade versteifen Was Action ist Oder was äh Was ja Internetverbindung erfordert Brauch's glaube ich gar nicht Aber Ähm Das Problem ist Mein Internet kann im Moment abschmieren Und mein Provider Naja Die Hotline Ist doof wie Brot Zum Teil Und die Techniker haben Ahnung Aber die Die kämpfen noch Ich hab morgen Techniker Termin Ja also es ist Es ist nicht vergessen Ich weiß du fragst öfters Ich werde es auch noch zu Ende spielen Aber jetzt kommt gerade das Internetproblem mit rein Es ist gerade so ein bisschen nervig So ich hab hier Ich hab hier nichts zweites Also kann ich hier nichts auswählen Genau das ist das Problem Und jetzt kann ich bei der Äh Bei der Linie hier sagen Dass er bei Glasgow soll er eins nehmen Da haben wir ja nur eins Aber bei Glasgow Nord kann ich jetzt sagen Er soll das zweite nehmen Und jetzt funktioniert es auch Also ich bin schuld Nur ich hab's halt jetzt schon wieder verkackt Ich muss ihn jetzt erst wieder heim schicken Ja Oh bitte bringt Fisch mit mein Freund Sonst gehen wir hier bankrott Nein Hat keinen Fisch Produziert keinen Fisch für uns Wir werden so pleite gehen Ich hoffe dass als nächstes der Fisch kommt Sobald wir den Stahl freigeschaltet haben Ich hab mich heim geschickt mein Freund Dann fahr jetzt auch zurück Kollege Was ist los? Fahr heim Was hängt's denn jetzt? Wieso wartet auf freie Wege? Müssen wir sagen Dass das jetzt von dem hier belegt ist Oder was? Auf welchem Gleis fährst du? Ah ist doch völliger Quatsch Du fährst auf die Ja aber Ich muss Signale setzen Das war bei Train Fever War das auch so Ja Äh Das ist ne gute Achso Ich hab ja keine Ausweichgleise Das ist auch dämlich Okay also was ich hier gebaut hab Ist völliger Quatsch Ist völliger Quatsch Weil dadurch dass ich sie jetzt alle miteinander verbunden habe Zählen die als ein Gleis Das vermute ich jetzt Und jetzt sagt er ja alle Alle Wege sind belegt Ich kann nicht zurückfahren So würde ich es jetzt vermuten Kann ich hier was abreißen Diese Verbindung Geht das? Geht so aus Weiter jetzt Ich versuche es nochmal abzureißen Ich mache es alles nochmal weg Na okay Jetzt wird es funktionieren Okay es geht schon Ich muss nur die Engine richtig nutzen Ich muss sagen Dass der Fisch Genau der darf nämlich auch nicht die Eins nehmen Also hier klar In Fort William nimmt er die Eins Da ist nur Eins Ist logisch Aber in Glasgow Da muss er die Zwei nehmen Ja weil der Fisch kommt ja von hier Hm Das ist dann die Zwei Und hier Muss er auch die Zwei nehmen Das haben wir ja schon eingestellt Ja dass er hier auch bei der Zwei entlädt Hier drüben Und hier nimmt er dann auch die Eins Hier gibt es nur die Eins Genau der Rest fährt nur dann vorbei durch Okay es ist ein bisschen hässlich Aber Ja morgen kommt der Techniker Hoffentlich Der wird wahrscheinlich auch nichts machen können Aber Warum bleibt der jetzt stehen? Weil ich ihm jetzt die Verbindung genommen habe Oder was? Aber du bist doch auf dem richtigen Gleis Du bist auf dem richtigen Gleis Du sollst das Tier auf der Zwei abladen Stimmt nicht Du musst das Tier auf der Zwei abladen Ich habe die Fischrude nicht gescheiter gepasst Ach Och Och Fisch soll auch auf der Zwei Vollkommen richtig Vollkommen richtig Vollkommen richtig Du sollst auf die Zwei Bei Fort William lädst du auf der Eins auf Und lädst bei der Zwei bitte ab Vollkommen richtig Jetzt können nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden Das doch Können sie Können sie Nochmal Das ist die Fischstrecke Der fährt hier runter Hier gemütlich entlang Fährt geradeaus Fährt hier als zweites Gleis ein Aber ist vollkommen egal Weil hier hält er ja nicht Fährt hier durch den Tunnel Und kommt hier an Und das ist Zwei Beziehungsweise hier macht er sowieso nichts Hier fährt er durch Und liefert dann genau hier den Fisch ab An Glasgow Transfer mit der Zwei Ich weiß nicht was das Spiel hat Vielleicht muss ich nochmal heim schicken Und nochmal los schicken Aber Wie gesagt Ergibt für mich wie gesagt Kein Ist für mich logisch eingestellt Du sollst bitte nur Fischladen Und entladen 100% Auf der Strecke Aber wie gesagt Also Bei der Zwei Sollte es klappen Komm mal auf die Einsumstellen Da wird es glaube ich auch nicht jucken Das war es glaube ich auch nicht jungen Das war es glaube ich auch nicht jungen Wir schicken ihn gleich nochmal los. Weil jetzt alles belegt ist, oder was? Verstehe ich gerade nicht. Sollte ich doch jetzt rausfahren eigentlich. Wahrscheinlich könnte ich das hier, wenn ich... Signale, Sätze, Regeln. Sollte ich das hier? Sollte ich das hier? Sollte ich das hier? Sollte ich das hier? Dann laue ich mir, wenn du hier. Sollte ich den. Sollte ich? Sollte ich ab. Jetzt müsste er aufs richtige Gleis gehen. Und du warst eigentlich auf der richtigen. Wir versuchen das gleich nochmal, wenn wir ihn zurückgeschickt haben. Dass wir ja mal Geld verdienen mit unseren Zügen. Die produzieren zu wenig Stahl, weil die zu wenig Waren kriegen. Ja, dann müssen wir das erhöhen. Wo haben wir denn unser, hab ich das abgerissen und nie wieder neu gebaut? Richtig. Ich war, ich Heinz. Ich Otto, ich Heinz. Dann müssen wir das neu bauen. Okay. Achso, dann haben wir jeweils die gleichen gekauft und dann kauft man jeweils noch eins. Straßenfahrzeug. Okay. Postkutsche. Du kommst auf Eisen, du kommst auf Kohle. Die haben nämlich genug. Hm? Kaufen wir gleich noch welche. So, ist das, ist der jetzt wieder da? Ja. Ja. So, wir gehen uns nochmal die Fischroute an. Ob ich da wirklich keinen doofen Fehler gemacht hab? Ähm, lasst mich kurz schauen. Also, ne, Fisch soll er zwei. Definitiv. Und zwei ist, wie man ja hier sieht, auf der rechten Seite. Genau. Da soll er das Gleis hier nehmen. Boah, von William D1. Also, ich schick ihn nochmal los hier. Auf die Fischroute bitte. Er fährt mal. Müsst ihr jetzt auf das linkere Gleis? Hier, das da müsst ihr jetzt. Nö, er fährt falsch. Er fährt falsch. Aber warum? Ich knall nur jetzt dagegen. Ne, die bleiben jetzt beide stehen. Ne, stimmt nicht. Er fährt nicht weiter. Er fährt nicht weiter, weil er nicht weiterfahren kann. Äh, du sollst auf dieses Gleis. Wie kann ich dir sagen, dass du auf das Gleis zu gehen hast? Also, ich sag jetzt wieder ab mit dir nach Haus. Was? Ich hab hier doch... Ja, hab ich nicht gesagt. Muss ich wieder neu machen. Das heißt, ich muss dem sagen, dass der auf... Aber der kommt hier hin. Also, die Zufahrt hat er. Hier. Ah ja. Kann er machen. Ist nicht das Problem. Weil das zu knapp ist, dass er deswegen da nicht rüber kann? Dass das zu kurz ist? Nee. 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 Nee, 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 nee. Also, ich muss irgendwas noch bei der Linien-Einstellung regeln. Aber ich wüsste nicht was. Oh, ich hab ein blödes Gefühl. Ich hab ein ganz dummes Gefühl. Ja. Ich glaube, ich hab's. Bullshit. Da krieg ich Kopfschmerzen von. Da krieg ich wirklich Kopfschmerzen von. Ja. Ja. Hier ist es egal. Ist es hier egal? Ähm. Lass mich überlegen. Hier ist es egal, weil... Er fährt hier nur durch. Hm. Aber hier lädt er ja ab. Lädt er einmal hier ab. Und er lädt hier ab. Hässlich. Bei mir ist ein definitiv ein Bahnhofsidiot verloren gegangen. Konfigurieren. Du kannst bleiben, aber du musst weg. Und du musst weg. Ja, ist mir schon klar, aber... Ja, gut. Sieht leise. Müssen wir wieder neu jetzt bauen. So sollte es funktionieren. Okay, hier haben wir es glaube ich noch relativ einfach. Ja. Hier wird es nur hässlich, aber gut, dann ist das so. Moment. Ja. Es ist jetzt halt irgendwie doof, ne? Moment. Und... Ah doch, so geht's. So. Warum kann ich trotzdem nur die zwei auswählen? Das verwundert mich jetzt. Ja. 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 Schade, ich dachte es wärs. Das hat die Fischrolle gesetzt. Ja. Falsch und wieder falsch. Und ich kann es mir nicht erklären, warum. Was macht denn unser Stahl eigentlich? Fährt er gemütlich. Ja gut, dann müssen wir wieder zurückpfeifen. Der fährt ja schon wieder falsch. Ja, das Problem ist... Ne. Der will halt dieses Stück Gleis damit benutzen. Das ist das Problem. Also selbst wenn ich mir jetzt hier eine Strecke rüber baue, dann wird es nicht funktionieren, weil dann kommt er nicht zurück. Weil dann sieht er das wieder als ein Gleis. Das heißt, ich würde eine Weiche einbauen. Äh, nicht eine Weiche, ne. Ne. Also... Ne. Ne. Stopp-Signal. Also ich kann hier so rüber bauen. Das geht. So, jetzt bleibt er stehen, weil... Oder fährt er jetzt? Hm. Er ist halt bekloppt. Warum lädt er hier nicht aus, ne? Muss mal gucken, ob der Zug irgendwann hängen bleibt. Der Opfer so gelöst gekriegt haben. So, die müssten jetzt mehr kriegen und dann noch mehr produzieren. Mhm. Aber ich glaube, hier ist immer noch genug, ne. Na, hier ist immer noch genug. Also wir können hier wesentlich mehr abtransportieren. Der ist voll? Jo. Die haben auch immer genug Eisen, immer zu wenig. Nicht Kohle. Sehe ich gerade, ne. Eisen haben sie echt gar... Eisen haben sie zu viel, aber Kohle. Okay, dann müssen wir mehr Kohle rankarren. Kaufen wir mal noch... Auch noch drei Stück. Auf die Kohleroute. Auf geht's. Seine Lieferungen hochwertigen Stahls ermöglichen den Bau besonders seetüchtiger Schiffe. Zeit, diese robusten Dampfer einzusetzen. Draußen auf den Inseln findet sich Nahrung für die arbeitenden Massen der Stadt. Im Meer schwimmt vorzüglicher Fisch und die Destillerien auf den Hybriden stellen ein ganz exquisites Schnäpschen her. Man nennt es das Wasser des Lebens. Mach dich auf und erkunde die Gegend. Jede Schiff braucht einen Hafen. Und dein Unterfangen braucht einen ganz besonders guten. So, wir müssen gucken, dass hier immer genug Stahlproduziert wird. Damit müssen wir jetzt langsam mal Geld verdienen. Sonst gehen wir ja mal krott. Ach ja. Schiffe, sehr schön. Wir müssen aber doch jetzt so viel Kohle rankarren gleich. Also hier ist immer genug. Es wird hier nicht weniger. Das ist ja Quatsch gewesen, da in Zug zu wohnen. Ach, jetzt müssen die auf den Zug warten. Ja klar. Wir machen immer noch miese, aber es ist keine sieben Millionen mehr. Okay, ein Hafen. Ja, offensichtlich hier. Genau. Was haben wir denn hier? Einen Güterhafen? Eine Werft. Ist die an die Straße? Ich denke, oder? Moment. Ja. Muss ja natürlich. Hilf mit, eine Werft zu errichten, damit du schon bald ein schönes Schiff dein eigen nennen kannst. Die muss doch auch ins Wasser, oder? Muss sich außerhalb befahrbarer Wasser hin. Ja, aber das muss ja irgendwie dann, ne? Ihr wisst. So irgendwie, oder so. Erwerbe einen stattlichen Kahn, der dich auf deiner wagemutigen Expedition sicher durch die wilden Wasser der westlichen Inseln schippert. Der Wilhelm! Das Schiff Wilhelm transportiert uns unter anderem auch das, was wir brauchen. Äh, wir haben hier nur eins. Ja, ich würde sagen, Wilhelm, du wirst es. Erkunde die westlichen Inseln, um Schnaps für die Stadt zu beschaffen. Mhm. Okay, Rute. Neue Linie. schnappes so und dann unter anderem hierhin ach gut wenn dann umgekehrt und ja dann ist das so schöne rute nehmen wir hier rein sagen da gehst du auf die schnappes route ach wie schön er kommt da raus koste erstmal ist klar okay das geht so früh runter abzug in der b note aber es heißt rum so problem ist wir müssen das was hier gleich rauskommt ab transportieren über ein gleis darüber und das wird wieder ein graus kann ich das hier eigentlich abreißen und bitte stößt mich in meiner planung da schnappst du nämlich da drüben raus die industrie brummt ihr bedarf nach stahl ist dank deiner dienstleistungen stets gedeckt dagegen zeichnet sich ein mangel am personal ab das städtische proletariat ist unverschämt verwöhnt heutzutage es begehrt zusehends gegen die herrschenden arbeitsbedingungen auf in den highlands er hat einen fisch dabei du sprichst von ford william oder was da sind wir ja schon dran da sind wir ja schon dran das war ja schon fast gedacht was macht unser schiff eigentlich das fährt da rum okay es wird ein bisschen dauern er hat einen fisch abgeliefert ich glaube es ja nicht so fährt wieder aufs richtige gleis sag mal ich habe das doch gerade abgerissen leute ich werde hier noch aggressiv wir müssen gucken der güterbahnhof soll hier hin aber der passagierbahnhof soll hier irgendwo hin oder da und genau da die an eigentlich hier drüben und dann muss ich wieder irgendwas brückenmäßiges bauen das wird lustig es wird wirklich lustig kann ich die straße abreißen ginge ja ich hätte mir hier den bahnhof hinbauen machen das mal so aber da hat jetzt noch eine verbindung oder nicht schön aber selten dann können wir das nämlich mal planen da schlagen nämlich zwei fliegen mit einer klappe moment also wir bauen jeweils kopfbahnhöfe jetzt in dem fall einmal einen güter kopfbahnhof tja ja der hier ne genau da brauchen wir eigentlich keinen so lang aber wir drehen das nochmal muss an die straße mit ran gut wir müssen da wirklich eine fette brücke drüber bauen wenn wir überlegen ob wir die straße da weiter bauen dass wir da den bahnhof gemütlich hinsetzen können also gemütlich so da brauchen wir echt keinen so lang glaube ich nicht wirklich da wäre aber eigentlich auch egal gewesen können wir den nochmal ja wir reißen nochmal mein gott komm so die paar meter kommt es die paar meter kommt es nicht an 120 komm wenn wir eh die brücke drüber bauen müssen dann ist egal ne ne du musst du sollst da ah der boden ist zu hoch oder was dann gibt es wieder keine verbindung das ist wieder blöd der hat das aber auch dann nach unten gebaut das war ja mal dämlich kann ich das ich kann es nicht anheben sondern da straße ist ne ne das wollte ich natürlich nicht wartet mal wir heben das terrain ich wollte hier schon eine hebene straße haben gucken wir was er jetzt draus macht wahrscheinlich wieder denselben scheiß das ist glaube ich eh die kleine ne ne ist es nicht das ist die größere straße moment hier er will die wieder tief bauen naja er will die wieder ah doch nicht verlässt das so weit oben ja das würden wir gerne ein bisschen anders machen so irgendwie so passt das doch besser können wir nicht hier den bahnhof entsetzen den kopfbahnhof bitte ach so gut er ist jetzt halt ja gut da müssen wir ein bisschen tricksen welches gleis ist eigentlich egal dann wird eh nur ein verbindungsgleis darüber zu dem gut dann wird das das ganz außen äh ja war wieder hässlich dann kann der nämlich hier wieder nicht abladen beim mittleren gut dann legen wir dazu noch eine verbindung über dann machen wir das so okay ähm was machst du denn hier mal zur not legen wir dann hier eine rüber weil da hinten fahren die ja gar nicht mehr entlang sollte passen ok so und dann würden wir sagen wir machen da auch ein kopfbahnhof hin moment hier gebäude passagier kopfbahnhof der müssen wir drehen ist ja klar zack so und da haben wir doch schon unser zweites gleis hier gebaut das müsste dann auch noch über die straße übrigens seh ich gerade wäre eine brücke besser gewesen wir würden auch eine brücke für die bauen ich weiß halt nicht was passiert wenn ich hier gleich abreiße könnt ihr böse enden nun denn äh wir müssen erstmal gucken dass wir ein gleis weiter brauchen und dann hier rüber ja aber ich jetzt will er mit diesem tunnel halt weiter bauen gefällt mir halt weniger aber da ist halt die dinge im weg ne also hier lasse ich mich noch drauf ein aber dann würde ich gerne abzweigen vielleicht kann ich das so machen und kann dann hier raus ah ja sehr gut äh wir müssen aber aufpassen wir müssen dann relativ zügig nach oben um dann wieder runter zu gehen uff das wird jetzt lustig warte mal ich muss hoch und mit shift das schaffen wir nicht das schaffen wir nicht wir kommen da drüben nicht mehr runter das geht nicht bullshit na ich kann dem sagen bau drüber ist nicht das problem also gerade eben ging's aber wie gesagt wir kommen da nicht mehr runter naja da müssen wir noch ein bisschen tunen aber na also im prinzip ginge das schon problem ist wir kommen halt nicht mehr hier runter also ich kann es versuchen aber ach jetzt geht das auch das ist ja cool ne 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 war schon Moment hm wieso macht das nicht ich muss höher na das ist ein zu tief das ginge hm wir bauen das mal und würden halt jetzt von hier ne 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 nicht von da unten Moment nein vom oberen Gleis liebes Spiel Mensch ah jetzt aber ja ne das ist das ist im zu steil tiefer 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 ne da will er gar nicht hin ich sag das geht gar nicht wir sind so hoch ja komisch aber hier angeglichen kriegen wir so oder was ach komm das ist doch quatsch ich versuche das umgekehrt aber das ist zu steil ne das ist ihm zu steil ne das ist ihm zu steil ich kann auch hier keine brücke bauen das ist auch zu hoch funktioniert auch nicht ja schade wir kommen hier schön raus aber wir kommen dann da nicht runter es sei denn ich würde hier noch abreißen den bahnhof hier drüben hin bauen das wäre noch eine idee wer braucht hier schon straße wir können doch die straße nehmen ähm wir bauen nochmal einen neuen bahnhof einen neuen passagierkopfbahnhof bitte wir drehen hier nur ein gutes stück da sind doch alle drin ich glaube auch nicht dass es passt aber jetzt hat zumindest dieses stück schiene ein bisschen mehr platz runter zu kommen so jetzt geht's das alles nur weil ich nicht die äh verbindung oder wo ich möchte versorge die stadt glasgow mit unverbrauchten arbeitskräften die den gewerkschaftlichen hirngespinsten noch nicht anheim gefallen sind problem ist wir müssen doch auf wir müssen da noch dran wir müssen hier noch dran nein nein ach komm schon komm schon parallel doch nicht aber doch wenn es parallel geht dann kann ich aber auch rüber bauen oder wartet mal also wenn ich das so bauen kann dann kann ich doch auch jetzt hier rüber einfädeln oder ja ach ein traum ein traum wir brauchen einen Zug okay das hier ist jetzt naja ne die stadt wird sich schon noch irgendwie um den Bahnhof drum herum bauen da bin ich ganz zuversichtlich ähm wir brauchen hier noch keinen ähm ähm Zug machen der uns den Schnaps vom Hafen hier rüber transportiert warum weil der ist noch gar nicht da ja der fährt erstmal hier rüber der ist noch dabei anzulegen äh also glaube ich wo ist unser Schiff hier äh er ist nicht der schnellste er lässt sich Zeit und dann hoffe ich mal dass er da schon was mitnimmt so müssen 20 Personen befördern äh ja okay wir brauchen hier einen Zug sagt die Uhr ein bisschen geht noch ähm wir müssen einen Zug kaufen kein Gleis bauen so und zwar nehmen wir bitte unseren dicksten Zug den wir haben genau dich hier 90 200 jawohl auf geht's so du nimmst dir bitte alles mit was geht an Waggons für Passagiere wo früher Bauernfamilien ihre Beete bestellten grasen heute die flauschigen Wollknäuel der Großgrundbesitzer er schafft 200 200 kW sie möchte wissen ob all ihre Schäfchen noch beisammen sind und jetzt sind wir hier bei 200 ne so aus hoffen wunderbar so das wird wieder bestimmt wieder irgendwo haken ich hab noch keine Route übrigens ähm gucken mal ob wir das noch hinkriegen und zwar du sammelst mir die Leute bitte hier oben ein äh hier bitte genau also neue Linie Passagiere Passagiere hinzufügen bitte bitte hier alle Stände hinzufügen hallo und dann bitte hier drüben genau ihr habt ein gemütliches Gleis ihr habt ein paar Steigungen drin da ist ein bisschen Spaß mit dabei bei der Zugstrecke aber ansonsten sollte die eigentlich so schön laufen wie sie läuft und hier einlaufen und jeweils ein 1 ausladen passt wir sollen Schafe zählen Schafe noch da sind guck mal Leute ok Strecke klappt soweit Moment so du kommst jetzt bitte auf äh Passagiere so mal gucken ob das passt ich befürchte fast nicht warum wenn er hier drüben wenn er wenn er jetzt gleich ganz links fährt eigentlich doch dann sollte es passen zwei berühren sich ja nicht und das ist das Verbindungsgleis für hier ach wunderbar so es wird glaube ich nur spaßig ich glaube die Steigerung ist weniger das Problem oh god jetzt sehe ich schon die Fragezeichen wir sollen wirklich Schafe zählen ähm die Steigerung ich glaube die Steigerung hier wird lustig besonders auf dem Rückweg und hier drüben muss ich jetzt wirklich nur rumklicken also das sind für mich keine Quests das ist einfach äh ja ich Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ist das auch nicht aber es ist es ist einfach so das hätten sie sparen können das hätte ich nicht gebraucht den so was blinkt hier denn warum blinkt das denn wir haben hier doch alles so also Hafen angelaufen ja nimmst du jetzt schon was mit hier wieso nicht Lärm verursachen was wie soll ich denn Lärm verursachen was von vielen Szenen sind alle eingeschlafen verursache etwas Lärm um damit wieder auch ja aber wie ist hier irgendwo eine Fragezeile na wie soll ich denn Lärm verursachen so 20 Personen nach Klausko befördern wo ist unser Zug er dreht gerade da sind schon Leute dabei aber wir wie wir sollen nö wir sollen 20 befördern von wo nach wo ist egal ne stimmt nicht nach Klausko Klausko ist hier unten das heißt wir müssen die oben abholen das heißt wenn wir welche dabei hätten zählt das nicht für die Statistik wir haben auch niemanden dabei und er tut sich sichtlich schwer dafür müsste er aber gleich einen kleinen Boost kriegen oder naja Boost ist anders aber fliege ich jetzt auch wieder raus in der Ego Perspektive oder nehmen wir den kurzen Tunnel mit schön ist jetzt natürlich keine Unreal 4 Engine das ist klar aber trotzdem so das heißt du hast dein eigenes Gleis jetzt hat doch jeder sein eigenes Gleis und trotzdem fahren sie nebeneinander her ist das nicht wunderbar jetzt haben wir zu viel Kohle zu wenig Eisen und dafür entkaufen ist ja noch genug Eisen ja es ist eine so kurze Strecke ne gut da könnten wir noch einen ah ne da kriegt es nicht immer voll ok wir machen 4 Millionen Miese wieso das und was denn produzieren die schnell genug doch die produzieren eigentlich genug wo machen wir so viel Minus gut der Zug muss erstmal Leute transportieren aber und unser Schiff hat irgendwie keinen Lärm gemacht ich glaube das war das Problem ich hätte irgendwie Lärm machen müssen mit dem Schiff ich wüsste aber nicht wie ich Lärm machen soll hier ist nur unsere Route gesetzt da kann ich nichts anklicken auf dem Hafen verstehe ich ist hier kein Tipp was ich machen soll vom vielen Zähnen sind alle ein Zuständigen eingeschlafen verursache etwas Lärm ja aber aber wie das muss man nicht verstehen oder oder ich es gibt eine Taste mit dem ich dann das Schiff irgendwie hupen lassen kann oder so gut dass wir so viel Miese machen gefällt mir jetzt gar nicht vielleicht habe ich einfach zu viele Waggons gebaut gut bringt der schon Fisch mit wahrscheinlich nicht ne dann kostet uns das der ja auch noch Geld hat kein bisschen Fisch dabei was ist das Problem die produzieren zu wenig Fisch wahrscheinlich weil sie noch schlafen oder das Spiel möchte dass ich das auch mit einer Schiffsroute mache ich habe mich für wobei wir haben ja schon mal transportiert aber keine Ahnung wie ich die jetzt wach machen soll das ist so ein bisschen doof jetzt da hätte ich mir ein bisschen mehr Erklärung gewünscht für diese Bonusaufgabe wobei es ist eine Bonusaufgabe aber so werde ich jetzt auf lange Sicht bankrott gehen weil ich halt übertrieben gebaut habe es wäre alles mit Ausweichen gegangen also mit 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 Ausweichgleisen das wäre alles super funktioniert ich kann natürlich versuchen das aus versuchen aufzufangen also wir haben jetzt hier viel zu viel Kohle und immer noch viel zu wenig Eisen kann ich mal gucken wie viel auf welcher Route ist auf der Kohle sind so acht Fahrzeuge auf dem Eisen sind auch acht Fahrzeuge gut die haben mal den kürzeren Weg ne die Kohle naja hier muss hier muss so viel liegen dass der immer voll ist das ist das Problem das halbwegs ausgleichen können hier ist unser Waggon jetzt schon mal da gewesen konnte schon mal Passagiere mitnehmen er hat keine an Bord ja super was ist was ist das denn jetzt stehen hier zwei ja gut das pendelt sich halt immer erst ein ne aber hier ist hier ist maximal ein Fisch hier ist kein bisschen Schnaps oder muss ich den Schnaps erst hier rüber transporten nein oder das wäre ja Quatsch nur direkt nebendran das ist Quatsch nein ist auch im Einzugsgebiet wenn hier ein paar rüber m Weiß noch nicht. Weil die Strecke viel kürzer ist. Oh, wir kriegen es mal halbwegs voll. Dann werden wir den erweitern müssen. Aufs Maximale was geht. Ich hole auf jeden Fall jetzt mal keine Wagen mehr. Wir gucken, ob das jetzt reicht, dass die genug produzieren können. Also Kohle ist immer genug da, es wird immer reisen. Tja, wie gesagt, mache Lärm. Das ist einfach, das ist eine doofe Quest. Eingeschlafen. Ich nehme mal das Handy und google mal, ob ich dazu was finde. Eingeschlafen. Transport. Viva 2. Lärm verursachen. Ach ja, sieh an. Wie kann man denn Lärm verursachen? Ach, come on. Ach, come on. Im Steam haben sie es drin. Also im Steam-Forum zum Spiel. Da hätte man drauf kommen können, aber... Was ist denn hier los? Ach ja. Inventur erledigt. Alle Schafe da. Madam? Sir? Okay, das Problem ist, es geht in der Story erst weiter, dass wir wirklich Fisch und das hier brauchen, wenn wir die Personen transportiert haben. Fuck, 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 ich wollte den Zug zurückholen. Okay, gleich. Mann, du kommst noch nicht an deine Grenzen. Kannst du mir erklären, wie man aus maximal 20 Meter sechs Windfiltreffer überleben kann? Hast du die überlebt? Gut, die Herojäger, die Winfield ist halt bei Hand Showdown schon so ein bisschen Platzpatronen-Muni, ne? Ich glaube, nur noch schlimmer geht's. Nur noch schlimmer ist die Silencer. Die macht halt wenig Damage, ne? Dein Gegner, sagst du. Pfff. Also ja, es kann wirklich passieren, indem du halt doof triffst. Ja, mal so zweimal den Arm, dann kriegst du nur so ein kleines bisschen vom Balken abgezogen. Ähm. Ne? Wenn da keine richtigen Treffer sind. Deswegen spiele ich die Windfield so ungern. Ich habe die Windfield sehr, 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 sehr lange gespielt. Wenn du mal Langeweile hast und guckst auf meinem Hauptkanal so die ersten paar Folgen von Hand Showdown mal nach, wie wir früher gespielt haben, Lärm gemacht und ach, ne? Und so weiter. Ähm. Ja, aber das Problem ist ja nur, wenn du keinen Schaden machst, bringt ja schnell das Schießen noch nichts, ne? Oder auch ein Spark Hedgehot überlebt. Nein, Hedge. Hedgehot überlebt man eigentlich nicht, ne? Vielleicht in Kopfregionen, ja? Und ich sage es auch immer wieder, ich kann keinem was unterstellen, wenn ich es selbst nicht erlebt habe. Aber man weiß halt nie, ob da irgendjemand dabei ist, der nicht ganz mit legalen Mitteln spielt, ne? So, wo ist denn jetzt unser... Aber immer noch eine Kohleüberlieferung, ne? Immer noch. Dann müssen wir noch eins kaufen. Rauf auf Eisen. Bis das hier sich gegen 0 auf 0 aufgeht, ja? Und dann immer genügend Stahl transportiert wird. Und er ist jetzt 12 auf 12 aktuell, das heißt, er braucht jetzt mehr. Das heißt, wir fahren jetzt zurück und bestatten ihn aus mit Bärbaggons. Mal gucken, dass das hier sich immer schön, schön, schön leer geht. Ne? Das wollen wir maximalen Gewinn rausholen. Ich glaube, was wir drei haben, ist genau zwischen den Augen gesehen, ja? Hm. Hm. Hand ist halt auch noch nicht perfekt, ne? Ich habe echt wieder Bock. Ich hoffe, dass der Techniker morgen was machen kann. Aber ich befürchte, da kommt wieder ein Techniker von einem Subunternehmen, von meinem Internet-Provider. Und, äh, der kann dann auch nichts machen, außer, äh, sagen, oh, ich muss jetzt jemand anderen beauftragen. Ne? So, du verkaufst bitte. Und jetzt fährst du bitte nach Hause. Wieso kommst du nicht mehr nach Hause? Du kommst nicht mehr nach Hause? Du bist auf dem Gleis, wieso kommst du nicht mehr nach Hause? Das hängt wieder mit irgendwelchen Weichen zusammen. Ähm. Geht's jetzt? Ja. Die wollen da ja gar nicht hin, aber sonst sieht er das halt als belegtes Gleis an. Haben wir jetzt mal die ersten Leute befördert? Ja, vier Stück. Sehr schön. Ich weiß, du kostest mich gerade nur Geld, das weiß ich. So, im Zugdepot, da bist du mir schon angezeigt hier. Kann ich nicht sagen, ich will kein neues Fahrzeug. Ich will das Fahrzeug ändern, da. Okay. Und das ist das, warum ich nicht finde. Und dann mach das Fahrzeug oder die anderen, dann einfach das Fahrzeug ändern. jetzt haben wir das gleiche in umgekehrter form ist die geile überlegt ach der hat hier fisch abgeliefert da lags problem müsste jetzt dickfett stahl liegen eigentlich immer noch zu wenig eisen immer noch immer noch aber es es lichtet sich wie man sieht es lichtet jetzt halten das mal im auge ist er kein toll sieht nicht so aus sie liefern immer noch zu schnell gole ja ok 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 müssen noch eins kaufen na eisen was du dabei das dauert jetzt halt noch haben wir jetzt auch miese gemacht weil wir keinen stahl mehr holen konnten jetzt haben wir ja wieder genug jedenfalls schöne spiel also wir produzieren jetzt ein bisschen wehrstahl aber wir können immer noch mitnehmen es ist noch platz oh ich glaube da hat sich wieder ein bot nach oben gefuschelt von der nummer 9 habe ich noch nie was im chat gelesen das wird wohl sehr wahrscheinlich ein bot sein aber ich fange jetzt auch gar nicht mehr an die großartig auszusondern das sei denn sie kommen in die top 10 weil das ist so viel arbeit das kannst du dir nicht vorstellen ne ich setze dann wirklich zwei drei stunden im bot und über eine webseite alles durch und checke ob das echte spieler sind oder ob das als bot gecountert ist also von daher so lichtet es schon langsam ein bisschen mit der kohle ich verstehe halt auch diese bots nicht ich verstehe den sender hinterher nicht sie nerven einfach nur und sie werden mir und twitch filter die ja auch raus also ist ja nicht so als hätte ich jetzt 50 zuschauer nur weil der bot da rum dümpelt bei mir nee der nervt einfach nur und er bringt mir nichts ich weiß nicht was die was die dann ich verstehe den sender nicht ob man damit irgendwas erzeugt geld werbung und dadurch wieder geld kryptowährung ich weiß es nicht ich jetzt wird es hier knapp wahrscheinlich weil ein zug gerade kam oh 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 jetzt haben wir eine eisenöl produktion da müssen wir noch einen für kohle jetzt machen na Und wenn es jemand bei mir unter die All-Time-Favorite-Zuschauer unter die Top-10 schafft und er hat noch nie was im Chat geschrieben, dann ist das sehr unwahrscheinlich, dass es ein echter Spieler ist. Oder ein echter Mensch ist. Gut, ich werde hier jetzt abspeichern. Ich habe gedacht, wir kriegen die Mission vielleicht noch fertig, aber das wird noch dauern, weil mir wird es jetzt auch so spät. Ich packe das dann irgendwann nochmal aus, das Spiel. Weil das Problem ist, es wird sich in der Hinsicht ziehen, erst wenn wir die 20 Passagiere befördert haben, was ja dauert. Ich hätte eigentlich anders da spielen müssen, dann wären wir jetzt schon fertig zeitlich. Ich hätte nicht vorausplanen sollen, sondern ich hätte erst mal die eine Strecke und dann hätten wir schon die Passagiere langsam abgearbeitet und so weiter. So ist halt sehr viel umsonst hin und her gefahren. Hier sind wir schon bei 15. Das werden auch immer mehr. Ist klar, also wenn die feststellen, oh cool, da ist eine Strecke, das lohnt sich, dann sammeln sich die auch mit der Zeit mehr an. Du hast dir mehr Schutten als bei Higgins. Ja, aber ich streame auch mehr als Higgins. Das darfst du nicht vergessen. Da ist es einfacher. Da ist es wirklich schon wieder eine Eisenmeerproduktion. Es ist nichts zu glauben. Ja, weil die halt auch noch, die haben den Zug mal los. Du bist ja erst seit Januar und bei Higgins seit August, September. Achso, da hast du was vorne dran bei Higgins. Ja, aber wie gesagt, also Higgins streamt ja weniger und dann ist es halt einfacher, wenn du bei mir ja immer mit dabei bist. Also ich freue mich ja, dass du dabei bist. Das ist nicht das Ding. Aber wie gesagt, es ist halt einfacher. Jetzt kommst du gar nicht zum Ausladen. Ja, was ist los? Ah, Zug schon wieder. Ja, ich sag mal, bei drei Zugzügen auf drei Gleisen, da könnte man schon was drüber bauen. Besonders, weil der ist ja ratzfatz am Fahren. Weil dann heißt es wahrscheinlich, dann wird wahrscheinlich erst der Fisch aktiviert. Und dann wird erst der Rum aktiviert. Ja. Es ist ja schön, dass ich, also im Prinzip finanziere ich die ganze Scheiße mit Stahl. Dass wir nicht komplett pleite sind, weil der Kut und die paar Passagiere machen auch noch ein bisschen Umsatz. Aber wir machen mit Fisch miese, wir machen mit dem Schiff miese. Ne. Und die können noch, die können also abtransportieren, die Produktion geht noch, die geht noch hoch. Da ist noch Luft. Aber es sollte jetzt reichen mit der Kohle. Wie gesagt, da ist noch Luft. Wahrscheinlich hätte auch eine Zugstrecke mehr Sinn gemacht. Blöd, das jetzt halt auch klingt. Auch wenn das ein relativ kurzer Weg ist. Du kannst ja viel mehr in die Waggons quetschen. Und die B und Entladenschweine schnell im Verhältnis. Also wie schnell fährt er hin und her. Arbeitskräfte aus den Highlands schuften ausgesprochen ordentlich. Sehr gut. Damit sie bei Laune bleiben und nicht irgendwelchen aufrührerischen Whisky. Dank deiner Lieferung wird niemand auf dem Trockenen sitzen. Genau, also wir sollen 25 Mal liefern. Und ich fange glaube ich jetzt erst anzuproduzieren. Zumaligerweise ist er gerade da, aber wir haben glaube ich noch nichts. Ich meine, ich kann verwalten. Ich kann sagen Ersätze gewählt, das Fahrzeug. Nee. Verkaufen. Kann es umlockieren. Cool. Aber ich kann jetzt nicht sagen. Nee, ich kann doch auf der Handelsstrecke kann ich glaube ich sagen, was transportiert werden soll. Aber wie gesagt, das ist hier im Einzugsgebiet und die fangen halt jetzt erst an zu produzieren. Also ich muss denen auch nichts bringen. Die Produktion ist einfach so. Abbelieferung. Abbelieferung. Wenn schon, sollen sie sich wie anständige Leute betrinken, im behaglichen Innern eines guten Pubs. Das Problem ist, sie liefern nichts, ja sie müssen hier erstmal liefern, sie produzieren auch irgendwie nix, das dauert jetzt alles sehr sehr langsam, wir stehen hier rum auch zu wenige, ein Passagier, ne auf Klasse 1 Passagiere. Kommen wir da gerade an? Ah ne. Ja und wie gesagt, die Fischrude genauso. Das kostet mich gerade alles nur Geld. Ah die haben gerade abgeholt. Es ist trotzdem nur einer drin. Wenn die alle die Kohle abliefern, die ja gleich stand, ist das hier ratzfatz weg. Ja also, da ist das Spiel noch so ein bisschen komisch. Ich kann nochmal kurz gucken bei der Handelsroute hier. Und zwar beim Schnaps, kann ich da einstellen was transportiert werden soll, ja. Kann sagen, 100% Schnaps bitte. Auch wenn eh nix auf anderes auf der Route ist, das hätten sie eh automatisch getan. Aber so fährt er hin und kostet uns halt nur, ne. Weil die halt nicht produzieren und die brauchen keine Ressourcen, dass sie produzieren. Wir produzieren eigentlich genug, aber wir kriegen es nicht versandt. Und das hier ist im Einzugsbereich, das heißt, ich muss das nicht rüber transportieren. Hm, also... Also ich kann nix machen, was soll ich machen? Ich kann nicht noch ein Schiff hinsetzen. Wenn die hier nix hinliefern, dann kann ich hier auch nix transportieren. Was ist das Problem? Also die produzieren hier ja, aber es kommt hier nichts hin. Müssten irgendwelche Fässer hier rumstehen oder was? Oder hier vorne. Am Schluss muss ich hier noch... Das wäre aber Quatsch. Abtransportieren, wisst ihr? Mit, 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 mit einem Karren. Nee, das ist Quatsch. Wenn ich es anklicke und es ist im Radius, dann, dann ist das ja so. Das habe ich ja hier drüben auch. Wenn ich hier hinklicke, ne, dann wird das weiß, dann wird es ja automatisch beliefert. Das ist also Quatsch. Wir brauchen schon Tetris L's. Hm. Also langsam ist das Schiff gar nicht, wenn man es so betrachtet, aber... Das Problem ist, wenn ich hier halt anklicke und port, dann hätte ich gerne Übersicht, was er hat. Und offensichtlich hat er nix. Geladen, entladen. Hier wurde noch nie was geladen und entladen. Noch nie. Konfigurieren. Hier kann ich nichts konfigurieren. Hier kann ich, oder? Güter. Hauptgebäude. Kleines Dock. Ja, kann ich noch anbauen, dass sie da auch noch ablagern können. Großes Dock. Ah. Nee, brauche ich ja nicht. Also, ich finde ja nix. Na, mein Hauptgebäude kann ich noch dran setzen. Das ist so, wie gesagt. Verschiedenes. Was ist das? Seiteneingang. Passagiere und Güter. Aber was kann ich da? Kann ich nicht. Wie gesagt, der hat ja Zugang hier. Nö, der hat wieder nix dabei. Aber wie gesagt, da wüsste ich jetzt nicht, wie es hier weitergeht. Und das schmälert meinen Spielspaß gerade, weil wir haben Produktion, aber das geht da nicht rüber und es müsste hierher geliefert werden, weil es ist im Radius. Ja. Keine Ahnung. Na, jetzt kann ich hier irgendwie nochmal Schnaps eingeben und ich wette, da kriege ich genauso was gefunden. Wenn ich nochmal zurückgehe und das einfach nur ändere. Schnaps, Transport, Viva 2, bla bla, Mission 1, Kampagne, ja. Genau, Kapitel 1, Mission 3. Da schreibt es einer. Hm. Bin ich rausgeflogen? Geht so aus. Nö. Hm. Weil ich gerade nicht bei, nicht darauf zugreifen kann. Moment, mit dem Handy. Da ist ja schon ein Dock dran. Der hält ja. Der tut ja B und Entladen. So, liebe Transport, Viva Community. Probleme mit der Distillerie. Genau. Geh doch bitte Produktion nicht ins Schiff hin und her. Hast du daran gedacht, dass Glasgow auch noch eine Abladestelle in der Stadt einrichten muss, zu welcher du die zu welcher du die Ware zum Hafen hinbringen lässt. Nur das Schiff alleine reicht nicht, weil der Hafen zu weit weg vom Gebäude der Stadt weg ist. Ja, aber die transportieren sie ja gar nicht. Abladestelle habe ich direkt beim Pub gemacht und die Kutsche sind auch schon unterwegs, aber es läuft nichts an. Ich habe einen Fehler gefunden. Die Straße zu meinem Hafen war zu kurz. Ich hatte daher keine Verbindung zum Hafen. Okay. Was ist das? Wir haben ja eine Verbindung. Bei dem Dock können halt nur noch mehr Schiffe behe und entladen. Also wir haben jetzt noch eine Anlegestelle gebaut. Hier, jetzt haben wir noch einen dickeren Weg. Das sieht halt hier hässlich aus, aber die sind miteinander verbunden. Wenn die nicht verbunden werden, dann würden die Straßen nicht aufleuchten hier. Wir sind sogar noch im Radius von dem hier. Ne? Also das kann es eigentlich nicht sein. Wie gesagt, die produzieren hier ja gar nicht. Oder die tun denen nichts rüberladen. Ich frage, ob ich hier eine dickere Straße hinbauen muss oder so. Da ist ja eine Straße. Ist ja verbunden hier. Ist ja hier verbunden und ist ja da verbunden. Ich kann doch eine Straße bauen. Mein Gott. Wir können die abreißen. Wie gesagt, Karren brauche ich nicht. Jury Jäger. Ach, komm jetzt so doofes Spiel. Jetzt diese Straße hier setzen. Danke. Wie gesagt, in dem Moment, wo ich hier das anklicke und das ist weiß, sind die miteinander verbunden. Das ist nah genug. Da muss ich dann keine Transportwege extra machen. Ich gucke mir das noch mal an. Das haben mehrere. Ich bin nicht der Einzige. Dasselbe Problem. Allerdings sind alle Termine jetzt angeboten. Versucht mal den Hafen an der Distri, die in den Norden einen Lkw-Ladeplatz zu bauen. Der braucht nicht benutzt zu werden. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Hafen manchmal nicht richtig verbunden ist. Das soll helfen. Ich habe die Sonsten mal neu gestartet. Konnte sie dann abschließen. Es scheint wohl ein Bug zu sein. Beim ersten Neustart wurde kein fertiger Stahl. Die Sonsten hat sogar die gelben Fragezeichen. Danke für den Tipp. Hast du die Aufgabe angenommen? Das Problem, dass die Aufgabe Hafenanlaufen nicht gezählt wird. Oh Mann, das ist schon ein bisschen hart. Wie kommt der Whisky auf der Insel zum Boot? Ganz normal. Bei neun. Ich glaube. So, bin neu in dem Spiel. Manche Dinge sind noch nicht ganz geläufig. Ich habe herausgefunden, dass das Liefern erst am Anfang und wenn auch einer was abnimmt. Es ist ein Scherz, oder? Ist das der Grund? Ist das der Grund? Das ist der Grund. Weil wir keine bestehende Route haben, die den Schnaps von hier zum Pub bringt. Macht das nicht. Warten wir, dass es das ist. Nehmen wir jetzt, wir kaufen jetzt einen billigen Zug. Oh, wir haben einen neuen gekriegt mittlerweile. Ja. Weniger Zugkraft, dafür mehr Leistung. Oh, kaufen wir dich doch. Komm, ist doch egal. Darf ich gar nicht kaufen? Ah, da hat man den hinzufügen. So, und dann nimmst du Cargo. Hier. Drei Stück müssen reichen für die Strecke. Nein, 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 nein. Das war doof. Ist nur der Zug. Okay, Route. Mal Pause kurz. Neue Linie. Ja, auch Schnaps. Schnaps an Land. So, Schnaps an Land hinzufügen. Du hier. Du fährst auch in der 1 rum, oder? Ja, da wird ja eh nichts abgeliefert, sonst. Doch. Nö. Wie macht's denn der Grüne? Ah, der Grüne wird auf die. Ah, passt. Passt. Dann Zug. 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 Und weil wir jetzt erst die Transportlinie haben, dass wir es abnehmen könnten, fangen die erst da drüben an zu produzieren. Das wäre dämlich. Ansonsten habe ich jetzt nur noch mehr Kosten verursacht, die mich weiter in den finanziellen Ruin treiben. Zug. 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 Wie gesagt, hier steht ja, dass die angeblich produzieren, aber die liefern nichts aus. Wie gesagt, was hat, oh, man kann die Diagramme hier einstellen. Was hat noch einer geschrieben, man soll drüben einfach mal so ein Lager bauen, wie du schon gesagt hast. das ist, wenn man So, hallo hausi bär Schön, dass du reinschaust Ich wollte eigentlich schon längst aufhören Guten Morgen, ja, kann ich schon guten Morgen sagen fast Aber die produzieren mir ja keinen Schnaps Das macht mich wahnsinnig Ich kann da drüben jetzt noch eins hinbauen Ja, das kann ich machen, aber Naja, das ist halt die Mission, die ich hier spiele Die, die, äh, die Kampagne Und eigentlich müssten die das hier automatisch hinliefern Ich hab jetzt mal gegoogelt mit der Mission Und haben einige Leute Probleme und mussten es ein paar Mal neu starten Das mach ich bestimmt nicht Eigentlich müssten die das, wenn ich hier anklicke Müssten die das hier hinliefern Und jetzt versuche ich irgendwelche Workarounds Dass die mir den Schnaps da liefern Dass es weiter geht Weil das Schiff lädt keinen auf Weil die drüben nichts hinliefern Jetzt kann ich hier drüben noch Weil es kostet mich alles Geld hier Aber ich seh hier auch nicht, dass hier irgendwas produziert wird Es liegt meistens am Zielort Ja, aber ich hab eigentlich alles gemacht Ich hab ne Handelsrude zwischen dem Hafen Der Hafen ist hier angebunden Man sieht's mit der Straße Hier ist alles verbunden Und hier, hier, hier drüben Der hier ist auch an der Straße angebunden Der hier Der hier ist nicht angebunden Der Bahnhof nicht Aber wir zweifeln auch Versuch mal vom Zielhafen eine Busrude in die Stadt zu machen Die sind nicht verbunden Die sind nicht hier verbunden mit der Straße Und sind deswegen nicht damit verbunden Ist das richtig? Ja Der ist nicht hier mit verbunden Und deswegen hab ich keine Route Die mir den Schnaps hier hinbringt Oh, das ist hässlich Oh, das ist ein Blick Okay. So und jetzt haben wir unsere Route die hier hinter und der beliefert den Papp. Und schon ist Schnaps da. Schon ist Schnaps da. Danke euch. Ja, aber das ist doch dumm. Und du kriegst keine Hilfestellung. Ja, du kriegst einfach keine Hilfestellung. Außer, dass du halt, wenn du Streams zuschauen hast, die dir einem helfen. Danke euch. Oder dass du dich halt durch irgendwelche Foren oder durch irgendwelche Also da muss ich sagen, das Spiel ist jetzt schon so lange auf dem Markt und da sind so viele Leute hängen geblieben, dass es, ja, hätte man was verändern müssen, finde ich. Ich bin in der Zeit groß geworden, da gab's kein Google. Da hast du dir noch den dicken Wälzer geholt für die Komplettlösung, wenn du nicht weiterkamst. Oder hast irgendwelche Spielzeitschriften nach Tipps und Tricks gesucht. Ich hab mal bei der Nintendo Hotline angerufen, weil ich bei einem Star Wars Spiel nicht weiterkam. Weil ich verzweifelt bin. Und dann wusstet ihr sofort, worum es geht an der Hotline. Gab's noch eine Hotline von Nintendo, die dir geholfen hat. Ja, weil es gab, du konntest nix googeln. Also ich finde, naja. Gut, ich weiß es jetzt, ja, aber das hätte ich mir doch anders gewünscht, weil die produzieren hier storymäßig keinen Schnaps. Warum? Weil ich nicht angebunden habe, dass der Papp den abnimmt. Das ist doch bekloppt programmiert. Die sollen immer weiter Schnaps produzieren und dann liefere ich mich hier mein Lager voll. Und dann sehe ich ja, der bleibt hier liegen. Warum denn? Ah ja, weil der Bahnhof nicht gescheit angebunden ist. Und dann mache ich das richtig, wisst ihr? Das ist halt, was heißt, früher war alles besser. Früher war es halt einfach schwieriger. Du musst es auch ins Spiel programmieren, dass es funktioniert. Weil wenn es beim Kunden war und es hat nicht funktioniert, dann gab es kein Day One Pitch. Das gab es nicht. Jetzt kann man sagen, die Spiele waren früher nicht so komplex. Okay. Aber trotzdem, also man hat halt früher einfach auf viel mehr Dinge achten müssen. Ein dickes Buch zu Pokémon Rot und Blau hat hier Räger. Ja, siehst du mal. Siehst du mal. So, wenn das nächste Mal kommt, kann er Schnaps mitnehmen. Bis zu 70 Tonnen. Wir brauchen nur 25 und bis dahin werden die da wahrscheinlich liegen. Und der andere kann das dann zum Papp fahren und dann sind wir, glaube ich, mit der Mission hier fertig. Ich fange mal den Zeitraffer an. Vielleicht kriegen wir das heute noch hin. Ja, es ist ein schönes Spiel. Ich will es ja nicht schlecht reden, aber das sind halt so, das sind bei mir Abzüge in der B-Note, weil das muss doch jemand getestet haben. Das muss doch jemand gespielt haben, der genau an diese Ecken gekommen ist. Und dann muss man als Entwickler sagen, oh ja, shit, stimmt, da ist Handlungsbedarf. Wir haben es übrigens fast, ne? Fast. Kleine Eisenproduktion mehr. Wir haben es fast. Gut, wir könnten jetzt von beidem noch mehr liefern lassen. Ja, das ginge auch. Die sind noch nicht ausgelastet hier. Aber wobei, aber wir sind ausgelastet beim Transport. Ne, stimmt nicht. Es kann ja noch gar nicht fertig sein. Weil wir haben ja noch gar keinen Fisch transportiert. Wir haben noch gar keine Quest für Fisch. Aber hier läuft alles, oder? Der ist angebunden. Ist das vielleicht auch mal ein Problem? Ne, kann ja gar nicht. Kann ja gar nicht. Der hier drüben ist ja angebunden. Und die wollen ja Fisch hier haben. Das ist jetzt wahrscheinlich noch blockiert, weil wir erst den Pub beliefern müssen. So. Komm, machen wir den Außenborder an hier. Fahre mal zu. Mein Freund. So, haben wir hier 25. Ja, 65. Ich bitte dich. Bitte einmal vollladen. Hier hat sich jetzt noch was angesammelt. Na ja, genau. Hier sammeln sich die Fässer. So. Jetzt ist das Nitro gezündet und ab geht's. Schön finde ich halt auch, dass sich die Städte so dynamisch erweitern. Das ist echt ganz schön. In dem Spiel. Da da da. Gibt ja noch Flugzeuge später, ne? Ah ja, hier. Da. Genau. Zeigt auch das Symbol an, dass da genug liegt. Da kommt's. Wie ist das denn? Wir verdienen noch kein Geld. Wir haben es nur zum Hafen gebracht. Wir haben es vom Hafen noch nicht zum Pub gebracht. Hm. 52K. Wo 52K? Kanalpunkte oder was? Nach bald. Naja. Es wird noch dauern. Aber wenn du sub bist, dann kriegst du schneller Punkte. Ja, das stimmt. Jetzt liegt hier ein bisschen rum, hä? Da muss eine solide Grundlage in Form fester Nahrung her. Gerade ist ein neuartiges Gericht in aller Munde. Fischen Chips. Die Fische draußen im Atlantik springen freudig ganz von selbst in die Netze. Und schon geht's rund hier, oder? Dank der Rissenbahn ist die Ware sogar noch frisch, wenn sie in der Stadt ankommt. Ich glaube, er hat sich was getan, optisch. Ich bin mir nicht sicher. Hier wundern sich die Fische im Werbegebiet von Glasgow. Ein mysteriöser Steinkreis wird dich in die Vergangenheit befördern. Wo du dem ebenso mutigen wie leidenschaftlichen James Fraser helfen kannst, die entscheidende Schlacht von Kolodden. Die Steine geben ihr Geheimnis nicht allen Preis. Beweise, dass du ihres Wunders würdig bist. Wie dies zu bewerkstelligen ist, das steht in den Sternen. Was? Modifiziere die Linie der Kutsche und lasse sie die geheime Form abfahren. Welche geheime Form denn? Welche geheime Form? Super. Okay, also Fisch läuft jetzt? Nee. Nö. Kein Fisch. Definitiv kein Fisch. Weil wir dann wahrscheinlich wieder wohin hinliefern müssen, wo wir es nicht hinliefern. Doch, da ist doch ein Gewerbepark. Und da soll der Fisch hin. Also, da könnt ihr mir jetzt nichts. Die Fischrute besteht schon seit 100 Jahren gefühlt. Ja? Da soll der Fisch hin. Und die Rute besteht. Da war die Frage, ob der vielleicht schon gerade was transportiert. Nee, der kommt ja gerade erst. Nö. Also, da haben wir jetzt wieder ein Problem. Ja, aber das... Da bin ich jetzt zu genervt. Also, das ist ehrlich, ganz ehrlich. Hier ist jetzt auch wieder irgendwo der Hase begraben, weil... Ja, die Lösung für die Steine nehme ich gerne an, Heroi. Aber das Problem ist, ich werde hier jetzt genervt aufhören. Was heißt genervt? Äh, ich höre jetzt auf. Mir wird es wirklich jetzt zu spät. Und ich habe jetzt keinen Nerv mehr, weil... Das ist definitiv hier angebunden. Hier wird der Fisch hingeliefert. Wir gucken uns das nochmal kurz an. Aber definitiv habe ich das eingerichtet. Äh, Moment. Routen, Fisch. Ja, der kommt definitiv hier an. Der kommt hier an. Womit sie mir jetzt dumm kämen könnten, weil den lade ich bei 2 ab, dass 2 keine Straßenanbindung hat. Damit könnten sie mir dumm kommen. Und wahrscheinlich ist es das auch. Wahrscheinlich ist es genau das. Dass 2 keine Straßenanbindung hat. Beziehungsweise 2 kein Gebäude hat und das Gebäude hat keine Straßenanbindung. Der eine Bahnhof sah nicht richtig aus. Wieso? Wieso? Der ist angebunden hier. Und der andere ist auch angebunden. Hier. Mit Straße. Hier. Ich könnte gerne nochmal eine Straße hinlegen. Nein. Aber da ist hier eine Strecke. Also, nee, nee, passt schon. Passt schon. Wir hatten hier die Verbindung schon. Das ist nicht das Problem. Wir haben ja auch schon einmal Fisch mitgenommen übrigens. Einmal hat es ja schon geklappt. Ich vermute wirklich, es liegt daran, dass der das hier drüben abladen soll. Hier drüben ist kein Gebäude. Konfigurieren. Genau das war's. Genau das war's. Und der hat jetzt keine Straßenanbindung für darüber. Das ist doch hässlich, oder? Ja. Das ist doch hässlich, oder? Du sollst mir jetzt mit den Brücken bauen. Ja, aber die Brücke ist auch zu hoch. Achso, wieso brauchst du den jetzt hoch? Weil ich's eingestellt hab. Ah, ich bin schuld. Aber ich glaub, das reicht nicht, ne? Weil ich hier keine Verbindung hab. Nun wetten, jetzt klappt's. Hm. Wobei, wir haben ja schon mal Fisch abgeholt. Also ich kann's nicht so ganz nachvollziehen. Oh Gott, die Linie der Steinkreis genannt. Sogenannte Steinformationen. Ein Pentagramm. Was soll ich Haltelinien einrichten? Das ist ein Stopp. Oh, das ist mir zu blabbert. Danke, die Herojäger. Aber das mach ich jetzt auch nicht mehr. Ne, ich dachte, ich hätt's damit beheben können. Weil. Weil der lädt auf der 2 ab. Die 2 hat jetzt die Anbindung hier, ne? So war mein Gedanke. Offensichtlich nicht. Ah, du hast Copy-Paste gemacht. Ja, du hast rausgesucht. Das ist okay. Aber nimm's mir nicht übel. Ich mach da jetzt nix mehr rum. Hab jetzt gehofft, dass es das noch war. Dass sie hier jetzt irgendwie Fisch hinliefern. Aber. Ja, da muss ich sagen. Das schmädelt meinen Spielspaß doch enorm. Weil. Sorry, aber das gehört gescheit erklärt. Da hab ich hier. Ich hab doch hier oben ne Warnung. Da muss dann doch kommen. Fisch wird nicht geliefert, weil. Oder so. Auch wenn es jetzt nur in der Kampagne ist. Im freien Spiel. Würden die wahrscheinlich ohne Probleme produzieren. Und ich könnte das problemlos dann abtransportieren. Aber. Wie gesagt. Das ist doch dämlich. Der kostet nur Geld. Und bringt nix. Und ich krieg's auch nicht erklärt. Warum? Ähm. Ich baue hier mir Workarounds zusammen. In der Hoffnung, dass es klappt. Aber. Naja. Schade. Ich hätte gern mit einer etwas besseren Stimmung aufgehört. Trotzdem nettes Spiel. Ich packe's bestimmt nochmal aus. Dann wahrscheinlich eher im freien Spiel. als jetzt hier in der Kampagne. Weil. Wie gesagt. So. So. Bugs. So. Oder. Queststopper. Nenn ich's jetzt mal. Die nerven mich. Und. Ja. Deswegen. Das Spiel ist so lang raus. Da bin ich. Da bin ich nicht mehr tolerant. Early Access. Early Access hat die ist noch verkraftet. Aber das ist so lang auf dem Markt. Hätte ich gesagt. Jo. Ja. Also. Hier. Ich weiß nicht was ich morgen spiele. Mal gucken. Das wird jetzt auch mal ne Idee. Ähm. Ich muss den Techniker abwarten. Der morgen da war. Der mir wahrscheinlich nicht helfen konnte. Das werden wir dann alles sehen. Ähm. Aber ich werde wahrscheinlich wieder was streamen. Ne. So. Das war's. Ich speichere hier mal. Spiel speichern. Level. Drei. Fisch. Hängt. Man mag er nicht. Und so. So. Das war's. Hier ist Schluss jetzt an der Stelle. Für den Livestream genauso wie für die YouTube Aufnahme. Deswegen für alle die dabei waren. Oder die das Ganze hier auf YouTube nachgeschaut haben. Bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs. Und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video. skill2. parlar ist believedy. hло. Ort MILL CH